ein wunderschön wer bock hat kann gerne mitspielen und dann siehst du ja wohl klanglobe ja so ein bisschen verzögert zeig dir das erste wo ich hier hochklettern kann dann irgendwo rechts hier ist irgendwie so eine blaue kiste ganz hoch ich bin halt nur bis zur blauen und dann irgendwo rechts ja dann müsstest du glücklich im wasser liegen oder hier ist noch hier ist eine satellitenschüssel ich hab dich gesehen von joss konnte ich mich gut sehen so runter springen oder das so sandra hast du was dagegen wenigstens ich weiß nicht wo unser boot ist und feste zeiten nein habe ich nicht ist auch nicht schlimm wenn meine argumenten sehen die sehen denn alle schicke ich bin ja auch nicht so geier drauf und sage ich will ganz viele zuschauer einfach nur just for fun ich glaube ich zweimal getroffen der frist ordentlich ich hab's auch schon versucht ach so dann verschwende ich dir mit eisen feinig zu tun der schwachsinn war ich aber erst muss das scheiß haus fertig werden dass wir eigentlich mal auch verdünftig Holz haben dann kann ich auch verdünftig herstellen haus fertig werden dann würden wir Holz ne wenn das haus fertig ist dann verbrauch verschwendet marco kein holz mehr was soll ich mit dem Ton machen oder mit dem schmutzig stuhl dass man vorne liegt ist ja mach mal rin so ich hab da geh ich mal gucken nach den kugelfischen ne ja die siehst du wenn du oben rumschwimmst so ne so ne Öllarm ja gut dann gibt es zwei davon da hab ich schon Augen wie ein Adler sind wo ist denn dein Kumpel wo bleibt denn der oh 6 mal Sand der wird wahrscheinlich Anime gucken Anime auf jeden Fall kann ich hier irgendwie die Sachen nicht aufheben bist du voll? ne komm ich grad leer hier mal hm hm ja 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 natürlich ich komme ja ja ich kann es einfach mal das vardı weil ich kann es einfach sein Warum? La 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 Oh, ich habe einen Kugelfisch gefunden. Links rum. Was haben wir hier? Wassermelone. Ich bin schon wieder irgendwie so weit. Oh Gott, der Kugelfisch. Ja, der schadet dir. Und dann zerstört er sich selber. Oh ja, ich habe es ja merkt. Tötet der mich ganz? Eigentlich nicht, nö. Wenn er dir zu nah kommt, explodiert er ja. Dann ist er weg. Aber du hast die Wolke halt noch so. Weißt du? Gut. Dann ist eben Kugelfisch weniger. Was wollte ich jetzt? Wir hätten so einen Kackfugelfisch aus, ey. Eigentlich nur drei, vier Schüsse. Aber ich weiß jetzt nicht, mit was ich geschossen habe. Ob ich mit Eisen bei mir geschossen habe, oder? Jetzt weiß ich was ich wollte. Das kann ich dir nicht sagen. Habe ich. Aber Anime kann er doch nebenbei gucken. Ja, ja. Jetzt werden wollen. Ja, denn als Kumpel wüsste mal Bescheid. Was man ihm zum Geburt zerschenken könnte. Hat er damals ne Studium? Was du denn? Bloß zu faul. Sich mit ins Wäden zu holen. Geil, die Wiese. Ja, ich hab die Wiese gelernt. Die brauchen wir. Für Tiere dann, wenn wir machen. Wir müssen auf einer Wiese leben. Das muss jetzt schon wieder dunkel sein. Ja, ich komm jetzt aber nicht nach Hause. Wird sie den Rest hier noch weglooten. Und dann müsste im Wasser fertig sein. Ja. Hopp. Oh, das geht hin. Ja. Achищens. Ja. Und es hier noch ein bisschen... Ja noch k Tipp. Ich weiß nicht. Achso! 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 War eine Unterwasserhülle habe ich jetzt noch nicht gefunden? Ne, na dann ist vielleicht hier auf denen jetzt keine drauf oder so. Und tschüss. Oh, apropos Channel. Ich muss die Channel, ich muss uns mal alle runterzwitschen. Oh, gibt es sonst Ärger oder was? Hey, wir sind live und wir sind im öffentlichen Channel. So. Den habe ich jetzt mitgebracht. Das waren glaube ich bis jetzt. Ja, anscheinend auf den. Das kann sein, ja. Das ist immer so, kaputt. Ja, ja. Das ist immer so gut, Claudia. Und deinst nochmal! Was? Niemals. Ja, ich seh das. Was? Niemals. Ich seh das. Niemals. Ich will das versehen, zeig das mal aus. Dann guck. Das ist mir witzig. Alter, wie geil ist das denn, Alter? Das ist doch besser als der Hirschkopf. Aber den brauchen wir, oder brauchen wir nur... Nein, nur den Powder. Ja gut, das habe ich reingehört. Doch, das kann ich. Den Hirschkopf könnte ich auch, glaube, was zu essen draus machen. Nee, ansonsten, ich brauche den zum Anhängen später. Oder das. Also mit dem Hirschkopf kann man ein bisschen was machen. Hat jemand mal eine Wasserflasche und immer um die Insel rumlofen? Dort, wo wir uns getroffen haben, da bin ich noch. Ja, da komme ich rum. Wenn ich jetzt so bis zu uns laufen müsste, bin ich glaube dann auch verhungert. Auf jeden Fall sind da noch genug Bäume auf der Insel. Kann man die fällen, die großen. Nee, die großen kann man nicht sehen. Achso. Ich lauf von dir aus rechts um die Insel, ja? Das ist dort, wo wir uns getroffen haben, oder was? Ja, aber da lauf ich rechts rum. Von deiner Position aus, wenn du vom Boot auf die Insel guckst, lauf ich rechts rum. Dort, wo der Adler ist. Da bin ich gerade, falls du den siehst. Da, hier bin ich. Hier, 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 hier. Du hast noch mal Lohna, ist auch trinken, ja? jetzt muss ich stein auf dem fuß fein und weggewehrt und mächtig jetzt muss ich Ah, du Scheiße. Dann zieh ich die Leine hoch. So, und die Kiste ist auch wieder voll. Ja, ich mach gleich. Alter, lass bitte hin. Komische Vogel. Hm? Kiste voll. Bitte nicht verarschen. Oh, der Hai ist, glaub ich, tot. Kann das sein? Keine Ahnung. Ich hab's nicht gesehen. Anker mal. Ja, der Hai ist tot. Ich geh schnell mal Hai. Ja, warte, ich mach. Ob's da runtergelassen. Ach, das Holz ist schon wieder alles weg. Was bring ich eigentlich heute mit, wenn's immer wieder weg ist? Ja, tut mir leid. Ja. Siehst du? Von wegen, ich bin nicht. Höhe. 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 Aber dafür hab ich euch Pfeile hergestellt. Wir hängen aber irgendwie fest. Und Äxte hab ich euch hergestellt. Und... Das sieht doch gut aus hier mit der Rezepterei. Ja, ne? Sind alle Rezepte oder gibt's da noch mehr Zeug? Ich glaub, da gibt's noch ein bisschen. Ich weiß, das ist nicht... Oh, da brauchst du noch eine zweite Küche. Hm. Alles gut. Mein Problem ist nur Holz. Jaaa... Vielleicht kriegen wir ja hier noch 1-2 Palmen, die er hier hinbaut. Ja, wenn er... Ja, das wär auch nicht... Ja, aber da brauchen wir auch wieder Holz, um... Oh. Naja... Die schöne Insel. War nett wie hier. Oh! Da war ein Loch. Ja, ich bin grad am Reparieren. Ne, alles gut. Ich hab mich so tierisch erschrotzen. Oh, da war Loch. Ich hab mich so tierisch erschrotzen. Ich hab mich so tierisch erschrotzen. Okay. Ich hab mich so tierisch anschaufeier. Ich hab mich so tierisch erschrotzen. Hier haben wir ja hier auch, weil ich das so tierisch erschrotzen. Und wenn das so tierisch also her, das ist soääbaut, was ich glaube ich mir auch, das ist anders. Das ist noch nicht so tierisch. Und das ist noch nicht so tierisch. Es ist noch leist. Ich geh mal die Hochschule. Ich liebe aber das, das ist das Zincenso. Und ich kann gerne aufieren. Als ob er das zu uns das sind. Und ich hab mich so tierisch. Ich habe mich so tierisch. Oh, auch noch. So, was haben wir denn noch? Nee, du hast nur eine Alge gefunden. Bei Beeren haben wir auch nicht, okay, okay, wir hätten Kokosnuss, aber Hühnchen, Hühnchen haben wir nicht, okay, da brauche ich den für stehen und Ei und Milch, aber haben wir auch noch nicht, also geht es an normales Essen ran. Gut. 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 Ah, da war es noch. Was ich reparieren wollte. Oh, da ist schon wieder eine kleine Insel. Ja, tschüss. Aber ja, wir haben genug Erz und so, alles zum Einschmerzen, die Klipper und so. Das ist ja auch erstmal. Deshalb erstmal wieder eine Runde fahren, fahren, fahren. Ja, würde ich auch sagen. Nägel und eine Planke brauche ich. Haben wir Nägel, haben wir. Ja, 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 ich bin ja schon dabei. Dann sind die Netze so weit wieder alle fertig. Ja. 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 Ja, nein. Ja. 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 Ja, ja. Vielen Dank. Das hat der Teig gerade frisch ran gesetzt. Oh, Sperrput. Oh, jetzt zeig ich hier einen neuen Speer, oder? Was ist denn das? Nee, Stein. Was? Pfeile. Nee, ich will die erstmal gucken, ob ich dir den besseren Speer herstellen kann. Davon hast du mehr was davon. Dafür brauche ich Bolzen. Ähm, mit Hall. Holz habe ich ja jetzt selber schon und Seiler. Marco? Marco? So, ich bin wieder da, also am Rechner. Ach, ich kann ja gar nicht aufstehen. Ja, ich muss erst mal vor meinem Spot. ... ... ... Vielen Dank. Ja. Der sieht aber richtig geil aus. Ja, der Eberkopf sieht auch witzig aus. Oh, oh. Nein, ich war an der Kante und dann Plutscherzimmer. Aber du bist schneller in Schwimmen. Du schaffst das. Da kommt die nächste kleine Insel wieder. Das sieht bis jetzt aus wie eine kleine Insel. Meins, meins, nanananana. Nee, aber Insel brauchen wir jetzt erstmal nicht. Oh, hier ist ein Loch. Nee, Holz brauchen wir. Ja, er hat eine Rieseninsel. Echt? Und da kommt hier eine ganz, ganz große. Oh, da müsst ihr ganz oben hin. Da kann ein Flugzeug hängen. Ja, ganz nach mir. Ja, auf die... Oh. Der andere geht links. Erstmal entleeren hier. Ich mach das leer, ich stromm das weg. Peile. Jetzt kommt schon wieder die nächste Insel. Ich hab ja keinen Bock jetzt gerade auf Tochen. Ich will bauen. Nee, hier wurde nicht gebaut. Na, mach doch. Also, du, sie können ein, zwei Tage hier bleiben. Das Problem ist nur Holz. Ja, das ist darum, wie ich da geh. Ach so, wird der jetzt nachts, ne? Das heißt, ein Mal hinlegen. Ja, ich kann mal was zu trinken holen. Komm, wir legen uns hin, dann ist das da. Ja, ich mach den. Ta-da! Ta-da! Ops. Oh, schon wieder ne Errungenschaft. Oh, was ist denn jetzt da? Irgendwas mit Land. Ja, wir entmessen. Ahoi! Hey! Wo ist denn? Der muss sich jetzt alles wiederholen hier, oder brauchst du irgendwas bestimmtes? So wie du magst. Muss ich... Kann auch tauchen gehen. Ja. Oh, danke für den Follower. Ihr könnt ruhig mitspielen, wenn ihr wollt. Einfach bei Steam adden. Mit Berlin. Und dann kann er los hier hin. Mann, jetzt kriegt wir eine Kicken, kriegt er auch nicht hin hier. Wer jetzt hier Vollower hat. Ich weiß immer gar nicht, wo man das sieht. Ja, wir können ja mal hochtauchen, dann kann ich mal kurz gucken. Oh Gott, wie spricht man das aus? Arme, Tanja, Weiii... Ja, irgendwie so. Ich hoffe, ich hab das richtig ausgesprochen. Tut mir leid, wenn das falsch ist. Wer hat denn jetzt hier die ganzen Pfeile geklaut, ihr Schweine? Äh... Vielleicht ich? Ja... Mann, oh! Ich bin das nie. Das kannst du dir schon mal merken, oder? Ja, du bist Holz. Ich bin Holz. Weil genau hier bei uns, unter uns muss ein Fisch sein. Nein. Ja, dann geh ich mal herunter. Genau, von meiner Kochstelle aus einfach gerade runter. Alter, du kacken Vogel, Alter. Kocken, ey. Hat er dir angekackt? Das ist angekackt. Ja, könnte man quasi so rinnen. Lass mich schon. Aber so harte Kacke. Ja, und wenn sie das Spiel einfach, also ich sag mal hier, das äh... Wie heißt diese... Ja, ja, dann muss ich mit dem... Weil hier sind zwei Haie. Hehe, viel Spaß! Den Köder rinwerfen, wir haben da drei Köder. Vier, glaube. Naja, werf da Köder rin und dann kümmer dich um den Kugelfisch. Und Arschen lecken. Und apropos Kugelfisch, ähm, ich hab keine Taucherflossis. Ja, ich hab Janus, ich geh so tauchen, Marco. Ja, ich geh ja richtig runter in die Tiefen des Meeres. Ohne Holz funktioniert das nicht. Oder warte mal, Holz? Ich glaub kein Holz braucht man gar nicht. Ja, ich komm mal zurück. Also ich dachte, du wolltest doch nicht tauchen. Ja, doch, einer muss ja. Haha, was soll denn das heißen, dass ich das nicht richtig mache, oder was? Ich weiß ich noch nicht. ua, ich hab noch nicht kontrolliert bei dir. Haha, Luft. Hu, 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 huu, hu, hu, hu. Hu, 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 hu. Hu. Uuuhhhhhhhr. Mann, hört doch mal auf jetzt hier. Wie hängt das jetzt hier? Oh nee, das ist damit, kann ich mir heute Abend was anhören noch. Leo, yes, hier. Oh Mann, also Leo, ich danke. Danke, oh, 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 Hi, Biss, ah. Ich denke, die Köder sind schon drin. Ah, schnell. Ich sterbe. Was ist denn hier mit Fischschwarm? Nee, mit denen, glaube ich, ist nur Deko. Nur Deko? Ich glaube, ich weiß es nicht. Probier, mach, Pupse an, weiß ich nicht. Meinst du, wenn ich Pupse, dass die unmächtig wären? Ich bin Salon. Wer da mal ein Versuch wäre. So, für Taucher, äh, Quatsch, äh, für, für, für Taucher. Oh, 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 ich habe einen Google-Fisch gefunden. Der will mir eine Pelle. Geh weg. Wie weit macht denn der einen Follower? Er schwimmt mir immer noch hinterher. Weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin immer weggeschwommen und dann hat er mich nicht mehr gekriegt. Wird heiß, ich habe jetzt eine Taucherflasche und wieder Flossen drin. Sechs Stück, ja, sozusagen. Wieso sechs? Übertreibt man ihn? Der für die nächsten Inseln dann gleich schon parat. Ja, ich habe ein paar gemacht, ja. Ich denke, du bist ja immer so gleich hinterher. Nein. Das ist das alte, wie man Sandra mal kriegt, weil du ein bisschen stinkern. Übrigens, wenn du gerade beim Herstellen bist, so einen Angelhaken würde ich gerne wieder... Ne, keinen Angelhaken, sondern einen Haken würde ich gerne nehmen. Sind drin, mein Freund, sind drin. Ah, okay, verdammt. Ich habe den Kugelfisch geholt, ne. Der, der bei mir ist? Ne, den anderen, der am Floß. Achso, ich bin, äh, vom Floß, wenn du auf die Insel guckst, links lang. Oh, der Panda-Kombo. Mensch, lange nicht mehr gehört. Warte, ich muss jetzt lesen. Wenn der Panda schreibt, dann muss ich mal lesen. Warte, 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 warte. Frischluft. Ja, habe ich schon gehört, dass eine neue Dark DLC angekündigt wurde, wie auch immer. Aber ich habe mich damit noch nicht befasst. Und bereit, ähm... Ja, ich kann ja den Server erstmal wieder finden und machen und tun, ne. Das ist ja wohl klar. Breit ist er immer. Ständig. 24 Stunden. Ich muss mir irgendwie arbeiten, Hoff. Sag sowas nicht. Das ist eine Falle. Das ist auch. Ich glaube, die Palmen bei uns auf der Insel. Was ist die Insel? Auf dem Boot. Auf dem Floß, ich glaube, fast fertig. Also zwei auf jeden Fall. Ja, die Fische, die schwimmen alle weg. Sieht aus wie Dori. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich habe schon wieder keinen Bock mehr zu tauchen hier. Das ist schon wieder... Oh, wozu habe ich das alles hergestellt? Ja, für die nächsten Inseln, hallo ich doch hier sein. Oh, ich habe noch einen Kugel Fische gefunden. Verdammt. Heute 10 Uhr irgendwo und... Wart. Heute 19 bis 21 Uhr. Kommt arg irgendwo und angekündigt sicher. Was ist denn, drei Uhr zumindest? Haufen neue Spieler kommt raus. Ja, musst du mal nachher einen Linken posten oder wo wurde das angekündigt? Ich bin ja da mal ein bisschen hinterher. Direkt bei Steam oder hier wieder E3? Die geht ja noch. Ist sie heute auch noch, oder was? Wer ist das eine? Ja, ja, genau. Genau, also die ist heute auch noch. Okay. Schnell, 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 schnell. Ich habe eine Höhle mehr oder weniger gefunden. Das ist in der Mitte und da bin ich wieder rausgekommen. Sind so die Inseln? Jo, heute bis morgen früh noch gestern war... Ja, gestern, das habe ich gesehen. Da waren auch schon hier Blair Witch Project zum Beispiel. Würde mich vielleicht auch interessieren. Oder Steampunk. Ne, wie heißt das? Cyberpunk. So rum, nicht Steampunk. Mann. Ne, Sandra, erzähl mal, die Inseln sind, äh, Quatsch, die, äh, Höhlen... Nein, ich habe nur zwei Stück mal große Inseln gefunden. War jetzt schon einer ganz oben bei dem Flugzeug? Nein, da oben. Du nuschelst beim, beim Sprechen. Hast du den Mund voll? Ja, boah. Na, eigentlich bin ich das hier. Wenn ich beim Nono zugucke, der sagt immer, äh, bist du wieder am Essen? Ich gehe ja weg. Wenn ich nach Hause komme, hau ich immer sein Stoobium an. Ja, wie geht's dir, was macht Arbeit. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, Panda, dass wir, äh, jetzt ein Haus in, 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 in Schweden oben haben? Mm-mm. Hatten wir das damals schon? Das weiß ich nicht, welch. Ich weiß ja nicht, habe ich das dem Panda schon erzählt? Ich glaube, der wisst ja. Oh. Ja, ja, ich muss immer auch wieder raus. So, ja, ich lobe, ich bin eben mal rum und das reicht hier mit dem Sammeln. Wenn auf der Insel nichts mehr ist, denn ahoi. Das Boot sehe ich auch wieder. Der Panda, hast du denn noch einen Server, wo du da machst oder wie und was und überhaupt und schön und so? Nee, mit den, mit Lexi, der ist einfach verschwunden und dann war er vorbei. Dann hat man von dem nie wieder was gehört. Und dann hat er seinen Bruder da irgendwie und Debbie und so, ne doch, äh, ab und zu mal. Aber ernst, ganz selten. Mir ist ja mittlerweile egal, ob P, V, P oder P, V, E. Die anderen sind leise, die sagen jetzt ja nichts mehr. Ja, weil du dich ja da unterhalten tust. Ist ja nicht schlimm. Ja, da quatsch ich doch nicht noch dazwischen. Wieso denn? Wie sieht das aus? Ich hatte doch, ey, aber eine Frage gestellt. Äh, mit, äh, also ich bin soweit durch. Ich bin jetzt gerade unter unserem Boot. Oh. Haben noch nie dazu. Zu was? Oh, mal hoch zu klettern. Oh ja, ich will mitkommen. Wartest du kurz auf mich? Ich würde sagen, dann legen wir uns erstmal nochmal eine Runde hin. Wird dunkel. Ach. Ja doch. Das ist immer Tag. Hier, Dingsbums und so. Weißt du da? Dingsbums. Was ist oben? Ich hab hier auf jeden Fall schon wieder Haufen Zeug mit, Jura. Ja. Essen hab ich, trinken brauche ich. Na los, schnell noch hinlegen, eh ne Runde. Er ist doch schon fast ganz oben. Er kommt jetzt nicht mehr so runter. Ja toll, und ich kenne den Weg nicht. Dann leuchst du einfach mal. Denkst du, wie? Mach doch einfach. Dann leuchst du dich da nicht. Das ist ne Insel. Bleibe entspannt. Oh nein. Ich höre ihn. Fangen wir mal an der Rechts-Links-Kombi. Hier kommt man ja nicht hoch. Besten Jump Skills. Hat's denn denn Jump Skills schon wieder? Springen. Springen. Na ja, ich spring doch. Hab ich schon. Hab ich schon wieder? Mann, oh Gott. Was ist denn da? Was ist denn hier mit Paul Fledermaus hier in Ordnung? Der stänkert mit mir. Und bist du schon oben? Ja. Schon abgemutet? Hier läuft ein Schaf. Ja, wir haben aber noch nicht rumrum. Ist aber ein Lama, ja. Ach so, da jetzt hoch. Das ist ja kein Lama. Das sieht aus wie ein Widder. Das hat doch Hörner. Und Lama hat doch keine Hörner. Wollt ihr mich veräppeln? Das kann kein Lama sein. Mit Hörner. Ich bin der König. Alter, wie weit oben. So, und was war... Hier ist jetzt kein Flugzeug. Ich fang dich nicht auf. Wo ist unser Boot? Komm, wir machen mal hier springen. Warte, warte, warte. Alter, das überleben wir doch, glaube ich mal. Ja, wer am weitesten kommt. Oh, du bist da. Ja, da muss ich mit Anlauf springen. Hey, du lügst mich an. Hast du mich angelogen? Also, ich bin auf dem Vorsprung da oben. Aber nee, das macht auch, wenn man runter springt. Oh, wir können ja hier eine richtige Bälle machen. Warte, hat er eine Mutation? Warte, 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 wie, warte. Also, ich bin schon wieder unten, ne? Ja, ich auch. Ich mach grad Steine weitwerfen aufs Boot. Amid hab ich kennengekriegt. Echt nicht? Ich ja, als ich runtergesprungen bin. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. So, ist es jetzt schon wieder dunkel? Hinlegen, oder? Wir können uns hinlegen. Ich glaube, mein Kaffee ist durch. Oh, ich hab wieder einen Zeighaufen mitgebracht. Ja, Küsten habe ich gerade leer gemacht. Du kannst nicht runter. Das heißt, wir fahren jetzt los? Hm? Können losfahren. Plastik, also viel witzig. Hast du nicht mehr hier? Plastik ist alle. Ja, so gut wie. Warte mal, Kiste Holz, Holz, Holz. Holz ist alle. Ich hab das ganze Holz, alle drei Stacks rausgeholt. Was? Ja, ja. Ich hab so gerade drei Stacks reingedrängt. Ja, ich hab auch ein bisschen Holz. Ein 20, äh 22. Achso, das Lama hat eine Mutation, weil das Hörner hat. Der ist ohne schlecht. Also können wir quasi laufen. Ja. Ja. Hä? Schwenker. Hä? Wer hat dir jetzt das Loch hier zugemacht? Ich mich. Ja, doch, du bist ja hier durchgebläst, wie ein Blöder. Hahaha. So. Du, 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 abhoch fuhr sie. Ich fahr'n da an. Geil, dafür braucht man kein Holz, echt. Geil. Ich brauch' Plastik. Oh, ich hab' hier irgend so'ne Glibberbeere. Ja, lass die da bloß drin. Oder schmeiß' die irgendwo rein. Wieso? So'ne Glibberbeere. Eine rote Beere. Ja, das Essen. Aber nicht so Essen. Da meinst du, ich hab' Essen, Essen. Heik packt dich doch immer schön dort, wo du hin soll. Aber, Junge. So hab' ich dich nicht gern. So, jetzt soll er hier. Plastik. Schwimmen wir schon? Ja, wir schwimmen schon. Oh, kann jemand mal Anker werfen? Denk dran, du bist schneller. Mann, über Bord. Du bist aber schneller in den Kopf. Ausfress' ihn. Nein. Das hätt' ich mal erhaut. Der Pity wird nicht gefressen. Der versteckt sich hinter nem Grashalm vor dem Hai. Herr Panna, hast du auch, äh, 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 arg, Quatsch, äh, Atlas hochgespielt? Was ist denn hier weh? Ja, ungenannt. Ja, also, wir hatten einen Server mit 25 Clustern. Da war eigentlich alle drinne. War ein RP-Server. Hat echt Spaß gemacht. Bloß, wie gesagt, der Hyping da hoch, dann rapide runter und dann, äh, ja, war doof. Irgendwas stimmt mit Pity nicht. Ah, doof, Sattel. Was machst du denn da jetzt, äh? Hä, na, hier kommt ne kleine Plattform dann hin. Bleiben sie entspannt, junge Frau. Bleiben sie entspannt. Einfach zugucken und beobachten. Ja, mach ich. Ich, ich, ich brauche. Ingwer mit. Waaat? Ja, wie das Holz weg ist. Ja, übrigens, hab ich noch Holz mehr. Ja, ganz schön, Danko. Ist wieder voll am Start. B stimmt, das Holz ist jetzt ganz weg, ja. Ja, ich hab, was hab ich, ein 20er Stack oder so, aber das ist meins. Das gebe ich nicht her. So, eh, eh ein Stück kann ich nicht draufkriegen. Nein. Sag mal, hier ist schon wieder, ich brauche sechs Stück. Ja, schön. Das Plastik hat das auch schon wieder gesagt. Welche Plastik, da waren die welche da. Da waren nie welche da. So. Da waren welche da. Ja, als genug. Ganzes Jahr gereicht. Bei anderen reicht es nur für fünf. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Wir fahren einfach so, würde ich sagen. Die andere Insel, Großeltern, haben wir auch einfach so gefunden, oder? Ja, da bin ich immer noch. Also direkt neben uns hier vorne kommt gleich was. Ja, Marco, aber du willst doch wieso nicht tauchen? Nein, beleg nicht. Dann lass uns erstmal ne Runde fahren. Ich will entweder die Tiere haben und ich will die Häuschen fertig haben. Na dann, ja. Dann erst das eine und dann das andere. Entweder Häuschen fertig machen, dann müssen wir weiter treiben. Oder Tiere fangen, dann müssen wir auch so innen sind und tauchen. Jetzt reißt er das wieder ab. Ja, vielleicht hätten wir nicht ganz gefallen. Das passt systematisch nicht. Lass mich Heike sein. Das ist ne große Insel voraus. Ich seh den Vogel flattern dahinten. Aber da können wir doch nur schnell Holz holen und dann wieder weg. Oder nicht? Praktisch gesehen können wir das so tun, ja. Käpt'n, große Insel bitte ansteuern. Gerade zu. Sehr schön. Ah, okay. Zwei Haie wieder. Nein, ich wollte doch was anderes, ich wollte das Ding doch hier reparieren. Verdammt. Ich glaube, wir fahren drauf, wir fahren weg. Die Insel, die ich gesehen habe, oder war das die, wo wir losgefahren sind? Oh, egal. Was war das nochmal für ein Spiel? Kenntet einer? Oh, 28 Tage. Nein. Das Spiel sagt mir irgendwas. Ich will mal schnell mal steamen hier, mal kurz gucken. Haben wir jetzt hier noch? Ja. Das Spiel sagt mir irgendwas. Okay, das Spiel hier will ich mir auch holen. Monster, Gems, Deal, Titan. Schön Klassiker hier, Monster Trucks. Ja, ja, wir sind alle groß genug. Das ist halt auch hier mit Bauern und so'n Zeug. Oder nur rumlaufen, looten und töten, so wie DayZ. Oh. Äh. Was ist das denn? Was denn? Ich bin tot. Wo? Ja, keine Ahnung. Ich sehe nur das Lipperzeug hier. Also hier. Eigens. Da kannst du mir ungefähr sagen, welches Boot steht ja jetzt hier nun an der Insel und dann bist du links oder rechts? Ja, ich glaube. Ja, da bist du doch schon. Achso, deshalb. Warum hast du nur hier kein Köder ausgeworfen? Ja, da frag ich mich jetzt auch. Ach, das ist Teil 1, was ich mir anschaue. Oh, da ist schon Teil 2. Alter, da war es ja auch geschrieben Teil 2. Oh, da muss ich gleich mal kurz gucken. Au, 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 au. So ein Bett, 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 Bett. Hier, zack. Ingeschmissen. Ich bin umgefallen. Warten auf Rettung. Wow, jetzt echt jetzt? Echt jetzt? Irgendwas stimmt mit Patti nicht. Da war nur ne Möbel, die hat mir auf den Kopf gepupst oder so. Ich weiß ja noch nicht. Ja, unser Floß steht doof und der Vogel greift uns ja auf dem Floß an. Ja, ähm ja, wer hat denn das da hin gesetzt? Ich nicht, ich bin nicht der Käpt'n. Dagegen gefordert. Ach, das ist Teil 1, die Teil 2 sieht dann bestimmt besser aus. Rettest du uns oder soll ich ins Hauptmenü gehen? Ich kann auch ins Hauptmenü gehen. Hier hab's Teil 2 überhaupt schon bei Steam? Wo ihr liegt? Äh, bei uns? Vorm Bett. Boah, das ist ja perfekt. Muss ich ja nicht. Nee, deswegen. 15? Ach, nur im Windows-Shop. Ja, das ist ja... Ja, jetzt hat er mich auch umgeschissen. Ja, deswegen. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ho, 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 ho. Da. Zack, zack, zack. Wollen wir sich gleich alle hinlegen? Es ist dunkel, ich sehe nichts mehr. Aua! Ich krieg hier ständig was? Ja, ich liege. Ja, und ich... Ja, und ich... Ich mach hier die Tür ab. Wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht ein Stück rumgefahren kriegen. Okay. Der Vogel kommt. Wuh! 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 Ich, 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 ich. Ja, ich... Na toll, gibt es also nur im Windows-Shop. Ich glaube, ich habe... Oh, genau unter unserem Boot, jetzt hier vor unserem Boot, ist Kugelfisch. Zack. Genau, hier auf der Ecke. Hier, hier, hier. Da. Derjenige, der einen Fall im Bogen hat, kann das... Der kann von hier aus schießen. Der braucht ja nicht mal untertauchen. Na, der wird es doch noch besser. Na, aber nicht so gut, weil so kommt er dir nämlich genau entgegen. Da betrifft es dann noch besser. Nein, ich habe zehn Stück jetzt, dank dir. Achso, haben wir gerne gekickt. Warum wir schafften? Na, du wirst noch nicht, weil ich habe... Ey. Achso, ich habe doch einen Kühlschrank ausgeworfen. Ja. Ach ja, stimmt, weil du ja auch Single alleine gespielt hast. Aber ich würde jetzt im Hauptmenü gehen und so wieder reinschauen. Nein, du bist ja einer von mir. Hier, pass auf. Zack. Aufgenommen, der kleine Mäuschen hier. Klein. Ich werde dir gleich klein. Ja, du. Ich kann nicht auf den Arm nehmen. So groß bist du ja nicht. So, zack. Ich bin ja schließlich größer. Ja, aber dafür bin ich platzsparender. Ja, so. Wie viele Köder muss ich denn auswerfen, dass... Ich sage, die sind doch da hinten. Nee, aber ich wurde ja von irgendwas angegriffen. So lecker aus. Deine haben wir immer noch genug, war? Ja. Im Windows-Shop. Siehst du, da wollte ich gleich mal kicken gehen. Ich bin schon wieder gebissen. Von einem Fein. Nein. Doch, und ich habe zwei Köder ausgeworfen. Deine Backen, ey. Dreckige Piescher. Aber alle, in Ruhe, ihr Drecks. Ah, ich bin tot. Eisvogel. Mhm, wo blieb's schon? Ich lieg am Strand, war im Floss in der Nette. So, Luftweg in die richtige Richtung. War da ein Baumstamm? Ja, da war ein Baumstamm, ja. Also, weil der... Ah, ich habe dich. Der Vogel hier ist dann schön aggressiv. Aggressiver wie die anderen. Nicht schlimm. Ich muss ertrinken. So, ich werde schon mal was essen und dann werde ich mir mal das Video angucken. Beheirat, genau hinter dir. Du waaas? Ja, ich sehe sie. Und jetzt ja... Ab. Oh, alle Bede. Wer gesagt? Hat er doch gesagt? Schweine. In Windows-Store? Ach, du schreck. Schweine backen, ey. Toll. Solland? Nur gucken, nicht beißen. Mehr sieht man davon nicht, ach hier, hier sind noch Videos, aber ist es sowas wie 7Die? Ich weiß ja nicht, was ich essen darf hier, also, falsche Kiste, das ist wirklich. Wir beenden, ja, ich hab die Schnurze voll, meine Fresse hier. Wie wird das denn? Ich hab wieder gestorben. Ach und, und bauen auch irgendwie so eine kleine Base oder so etwa? Warten auf Rettung, aber ich liege auch nicht so. Wo, wie geh ich denn? Hier ist Holz. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo ich liege. Ich liege irgendwo, irgendwas, was hier Holz mäßiges. Nächst du auf dem Boot? Ja, kann sein, ich weiß es nicht, wo ich bin. Auf jeden Fall warte ich auf Rettung. Und das nervt. Also ich höre auch jemanden tapsen, also. Hüpfen. Aber siehst nicht, oder? Ne, ich sehe nur Holz anscheinend. Das ist nur Holz hier. Aber ich habe jemanden auch hüpfen hören. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das war. Und jetzt, dass jemand gebissen wurde. Ne, ich ja. Aber du bist auf dem Boot, aber kann ich nicht sehen. Ja, dann machen wir das nochmal. Da stehst du. Ich seh dich. Und jetzt bin ich wieder umgekippt. Augenschaft freigeschreiten. Kannst du ganz oft um? Ja, anscheinend so oft wie ich mich umgekippt bin. Dankeschön. Also ich geh nicht mehr tauchen. Jetzt ist mir nichts mehr. Es ist mir zu gefährlich. Jetzt ist mir nichts mehr. Es ist mir zu gefährlich. Ich habe es ein bisschen ganzes, aber es ist mir zu gefährlich. Es ist mir nicht mehr, Ich habe es mir einen Schiff. Hmm. Ich habe es mir zu schwer. Ich mache es mir zu weitern. Oh, God. 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 Mähmäh. Die ist auch Ja, wenn er sich hier so mitten drin beißt, das ist doof Aber ohne Dusche und eine Seife Ja, wenn ich hier so mitten Oh, die Palmen sind schon wieder fertig, oder? Boah, ich geh mal gucken. Ja. Ja, du kannst sie immer abbauen, auch wenn sie schon ein bisschen größer sind. Aber du gibst mir was vom Holz ab, das behältst du nicht alles alleine. Nein. Beobachte dich ganz genau jetzt. Ah, vier Holz war das nicht. Hm. Den wir? Was? Den wir? Sieht so optisch aus, ob wir stehen. Möwe! Hi. Oh, hi. Nein, er hat mich mit runtergetrunken. Ich hab. 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 Fertig. One. Wie. Ich muss mit. Vielen Dank. 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 Ja, eigentlich ist es Quatsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind an der Insel schon dran. Wollte da einer jetzt oben ruf zu dem... War ich schon. Achso. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab's nicht mit... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht mit... Ich hab's nicht mit... Ich hab's nicht mit... Ich hab's nicht mit... Ich hab's... Ich hab's nicht mit... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's nicht mit... Ich hab's nicht mit... Ich hab's nicht... Ich hab'n... Ich hab's nicht mit... Ein... Ich hab's nicht... aber schlägt Spax in die Palmschnellerzeit ja, das stimmt auch oh nein wir sind auch schon wieder fertig ab, 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 ab ab, 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 ab also sieht so aus, sie sind ein bisschen drüber oh ja, sind wir nicht sagst du doch mal wieder sagst du doch mal wieder beißtack Haiermann Ja, das wird ja echt immer das Wasser, Nina. Ja, deswegen immer, wenn ich vorbeiläufe, gucke ich, ob irgendwas eingefüllt werden kann. Kann ja nur einer sein, ja. Wat? Der, 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 der Nager, der Biber. Der Biber, genau. Basten. Boah. Boah. Boah, Kacke ist das warm. Oh, Gottes. Boah. Danke. Das ist eigentlich unser Reparaturmann hier, wo alles in irgendwelche kaputten Stellen. Nee. Ich bin doch schon dabei. Aber du meinst jetzt, ich rede jetzt immer von richtigen Löchern. Ich rede jetzt nicht von... Löchern, ja. Ja, hier so. Pass hier. Woll rein plumpsen. Woll mal rein plumpsen. So, ein Hai ist tot. Hier ist doch ein Hai. Der ist auch tot, wa? Ja. Sind beide tot. Pommes. 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 Was ist das? Was habe ich denn jetzt noch? Möwe? Offenboden. Aschenwald. Danke. Wo ist denn der Haikopf? Habt ihr da noch einen? Locker. Habt ihr denn die hingepackt? Hier. Drei Stück sind hingepackt. Ah, ok. Oh, wo habt ihr denn jetzt das Leder und so hingeschmissen? Ja. Wo ist denn hier? Ach da. Ist kurz. Von Geisterhahn geht's ja auf und so. Alles klar. Und nichts ist drin, aber trotzdem ist es drin. Logisch. So. 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 Falk drin ist, sie vielleicht hat nicht reingehauen. Sooo... Da-dum... Oh... Oh, Coco's nose... Wir halten gerade, ne? Weil der Acker unten ist. Jetzt nicht mehr eins fahren. Der Pit braucht wieder Holz. Was er braucht... Was ist denn das? Keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Eine Batterie erst mal rein. Eine Batterie muss da rein. Ja nur, und dann? Und dann wird das sprühen, wenn irgendwas nach ist. Nee, denn... Würde ich erst mal Wasser rein füllen. Hab ich schon. Wir können ja gleich mal testen. Guck mal hier... So, das müsste jetzt so... Verennte, zack... Da ist so eine Mayonnaise-Box geworden. So, Wasser ist drinnen. Voll. Ja... Na ja... Ich kenn das halt... Ja... Oh geil, ja geil. Oh ja, bespritzt mich. Kann man natürlich auch anders mal verstehen. Genau, wahrscheinlich... Da ist eine Insel... Falls... Ah ne... Ja... 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 So, jetzt hat jeder erstmal sein Zimmer, das vierte Zimmer und fünfte und sechste fehlt noch, wegen Besucher und so, weißt du? Vielleicht finden wir ja ihn auf der Insel. Ja, da finde ich... Bitte was? Betten reintun hat er gesorgt. Ist ja schon alle da, soweit. Ich hab noch eins, du war am Mann, ja? Hoffentlich ist jeder mit seinem Stückchen zufrieden, was er da so besitzt hat. Wieso hast du einen Namen dran? Ich weiß gar nicht, welches Team das ist. Ja. Sandra! Boah, hier ist ein großes Zimmer. Geil. Fit! Ach, die Sau hier mit Fisch und Schränze. Ja, da kommt alle bei euch auch noch. Da hab ich mich wieder verirrt. Ach, hier ist mein Zimmer. So, schlafen legen. Ja. Und jetzt schon? Es ist dunkel. Liege! Ich liege. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Zimmer bin, aber ich liege. Wann geht's doch klar? Auf geht's doch mal! Hahaha! Gell! Oh,erzeug. Ja? Wann sehen wir's ja mal? Bäume wieder. ... ... Vielen Dank. Der Erz ist jetzt alle, kein Erz mehr. Alles weggenuschelt. Vielleicht müssen wir dann demnächst mal wieder eine große Insel und dann eine Runde tauchen. Wir stehen grad vor einer großen Insel. Verdammt. Alles im Blick. Vor allem in die falsche Richtung guckt. Alles im Blick. źniej gab es die Unionssicht. Und wir sind genau unter ein Fisch, müssten wir sein, die ist ne Öllache. Warum jetzt gerade nicht ausgestattet? So, Pitti ist ausgestattet, Pitti ist weg. Alles klar. Lasst mich mal alle hier alleine. Machen wir. Ohne Probleme, wa? Ich bin diesmal rechts lang. Vielen Dank. Schrott war auch alle, ja? Was war alle? Schrott. 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 Schrott? Kannst du, warte ich kurz? Ja, kann auch noch gut gebracht werden. Das heißt wieder einmal richtig durchlooten. Mhm. Ja. 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 Wacke Wildschwein war, wenn ich die dann noch Nötendes Wildschwein, wenn du es kriegst Ne, aber nur nicht Auf Karten ist dabei Gut, ne, dann lass es Ist klar Ich bin dort, wo so Steine Obelisten aus dem Wasser kommen Da bin ich im Wasser Nur, dass ihr da so bescheid wisst Und da ist auch wieder ein Kugelfisch Beide Ich muss jetzt erstmal Na ja, nur, dass ihr weht Ich glaube ich sollte demnächst mal eine Schippe mitnehmen Weil hier ist wieder irgendein Sand oder irgendwas Oh ja, das brauchen wir ja für die Tiere Oh, wieder Pilze gefunden? Ja, weil wir nicht auf die Hände sind Habt ihr noch nie gesehen, noch nie Warte, wo der Schmutz ist Ich bin da, wo der Schmutz ist Ich bin da, wo der Schmutz ist Und wir müssen uns eine der Schmutz Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann müssen wir aber, haben hier jetzt Holz genug, so ein bisschen. Ich habe eine Holzgasse. Ja, ich nehme mir jetzt das ganze Holz. Ne, warte mal, nicht das ganze Holz. Ich lasse mal ein 20er-Stack drin. Dann brauchen wir... Dann müssen wir ja ein Gehege bauen. Ja, zeig mir wo, ich baue jetzt. Also ich will's... Nee. Nee. Kannst du die füttern? Füttern. Das heißt, wir brauchen wieder die Foundation? Nee. Die bleiben auf gleicher Ebene. Die dürfen... Dann muss da ein Zaun drumherum, also dann wenigstens ein Zaun die Hauben ab. Alter, hab ich ein Glück, das... Dann packe ich jetzt wieder alles ein. Also stecke ich wieder alles rein. Hier ist noch ein Kugelfisch. Mitnehmen, warum mal? Ich habe keine Pfeile. Oh Gott. Ja, der ist tot. Wir haben aber auch nur fünf Schoßen. Bis jetzt vier. Ich musste das herstellen. Warte mal, da brauche ich ja noch. Was fälle ich denn das her? Ja, irgendwas fehlt ja da, um das Netz herzustellen. Holle. Nee. Dürfte nicht sein, weil... Um so Tiere ranzukriegen, muss das ja... Ah! Schießpulver. Ich muss das ja mal leeren und dann haben wir das drauf. Genau. Also vier Schüsse haben wir. Für die Tiere. Ja. Ja, einmalig. Ja. 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 steine sollte jetzt nicht mehr einsammeln wir stellen ja manchmal stein wenn du möchtest das fangen jetzt brauchen wir auch steine ja ich stelle dir bisher vier mal kannst du versuchen mehr kannst du nicht jeder frisches gold wert und ich gebe dir einen tipp oder rat dass wir uns dann hinlegen und du es im rennen versuchst ja sowieso das ist doch ein bisschen einfacher bei der badsurf ja und pitt müsste aber auch erst ein gehege dass wir das da rein knallen können dann müssten wir auf diesen herstellen die sind aber ich dreck holz kopf fast geschafft mit einmal rum mit einer tauchladung das haben wir auch schon mal kopf fast kopf kopf ich bin auch mal schärf kopf ja haut doch alle ab der ist schon wieder da kopf 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 Ach, Netzwerfer nennen sich die Dinger. Soll ich dir den Boden geben, dass du die Kugelfische teilholen kannst? Dann geh ich nämlich um und muss das Vogelfi holen. Aber sei sparsam, ne? Schieß nur dann, wenn du wirklich sicher bist. Soll ich den Boden geben? Ja, aber soll ich dir den Boden geben. Ich habe den Boden geben, dass du wirklich sicher bist. Aber ich habe den Boden geben. Soll ich den Boden geben? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist denn das? Vogel? Dann kriegen wir Eier. Nee, das ist noch für Skip. Wenn es nicht Mäh, Lama, dann kriegen wir daraus Wolle. Aber ehrlich, machen wir jetzt schnell die Palmen. Dass mich das jetzt in Lama rummiss. Aus dir benennen. Okay. 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 Ich mach neulich schon. Gehört. So. Richtig saffiges Steak in der Hand. Lecker, lecker, lecker. Willst du das auf den Kölschmeißen? Nee. Ihr braucht Seile. Ist genug da. Hopf doch, geht was doch schon. In der Weile von Essen. Nee, von der kriegen wir Milch. Ich muss Eimer herstellen. Viele Eimer herstellen. Ich hab das Gefühl, dass wenn er über Nacht hier alles wo ist, oben da baut einfach ein neues Tier oben. Aber vorn ist nämlich nie wohl. Okay. Reinbauen. Oder ich brauch Nagel. Dass der heil kommt und der frisst uns das. Ich muss ja auch, deswegen hab ich gesagt, auch Foundation bauen. Naja, nur hättest ja auch reinbauen können. Aber die Foundation, wenn der unten abbeißt, dann ist es auch weg. Doch? Nee, nur wenn sie nie an der anderen dran steht. Richtig. Du hast da unten dann ein Loch, ja. Aber mehr auf mich. Aber ist egal. Nun, jetzt habe ich die Dinger hier hingesetzt. Also. So, jetzt reingefohnt und ablassen. Ich muss Eimer herstellen. Was brauche ich denn für Eimer? Ich brauch Holz. Auch schon wieder ein Loch, ey. Ja, Haie gerade sehen. Ja, ja. Aber es ist nur, weil die scheiß Haie zu zweit sind. Dann waren wir mal schnell zu. Oh, danke. So. Bis dann wieder zurück. Dann brauche ich Schrott. Ja, mal gucken, ob ich noch eins finde. Ja, machen wir mal. Äh, Seile. So, dann habe ich jetzt acht Eimer. Ja, also acht Mal Milch können wir üben. Und dann müssen wir noch so einen Springbrunnen hier, ne? Die müssen gegossen werden, die diesen. Genau, den Springbrunnen übersetzen. Ja, oder so, ja. Habt ihr ja nur das hingefahren. Mal um zu testen. Ja, genau. Wer war das denn nun? Mal die Tiere bespritzen. So, bleibst der nächste Küffi. Ich will das nächste Tier. Ha! Du Lappen, Alter. Alter, hast du ein ekliges Auge. Junge. Ich will das nächste Tier. Wie können die alle zusammen eingelegen setzen? Nein. Nicht, dass die sich stänkern. Nein, die stänkern. Ja gut, bei dem Vieh wäre ich die Mehl. So wie das aussieht. Warte mal, wie war das? Ja, ich will Milch abholen. Nee, ich will nicht tragen. Na, ich will nicht tragen. Ich will Milch. Vielleicht ist er noch nicht so weit. Aber der Eimer wird mir angezeigt. Ah. Hab mal einmal. Milch. Meine Milch. Nur für mich. Trinken. Ah. Ich hab Milch getrunken. Ich bin groß und stark. Ich bin groß und stark. Und hier. Nee. Peter gefunden. Peter gefunden. Ach. Ja, nee. Hier rein. Du musst es hier reinsetzen. Das braucht ja Essen. Ich hab noch nicht genug Gras gebaut. War Peter? Also nicht das Gras zum Rauchen. Peter, du bist so hässlich. Ey, ist der wirklich hässlich. Aber der wusste, dass ihn gesteckt, ey. Peter, ey. Der legt Eier. Da sind immer dann Eier rumma rum. Na gut. Ich weiß ja aber nicht stimmt. Ich brauch mal viel ne Wiese. Warte mal. Na Dreck. Holz. Aber wir kehrens mehr? Ich hab doch so viel weggemacht. Nee, hat Pit alles weggenommen. Holz. Da drehst du noch Schmutz. Neun Stück sind ja noch besser. Ja, Schmutz ist doch da, aber ich hatte kein Holz mehr, um noch mehr herzustellen. Ach, so ist das denn. Wir lassen die jetzt zusammen, ist doch jetzt auch egal. Ich kann Peter einfach nie bei der Birgit lassen. Bei der Birgit? von。。pmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmmchen. ückt. Es geht nicht. Hält der Birgit nie. Bei der Birgit? Er gehört. Ein paar Schafe müsst ich als Herd nutzen. Bohbble. Bo Birgit? Nee, der Petter ist so hässlich. Der Ghost hat keine Kräfte da sein. Wir haben jetzt auch deineメhreby. увang newer. Haben wir eigentlich schon ein Rezept, wo ich Milch brauche? Ja, ich brauche ein Ei. Eine Mal Milch und zwei Fische. Dann kann ich da... Dann kann ich ja klein mal das hier umsetzen. Ja, wenn wir wollen, wenn wir können, wenn wir dürfen. Wollen wir fahren oder was? Wir können eigentlich weiter. Ja, ich habe alles abgekast. Hm, ich habe doch die Samen da reingemacht. Oh ne, bei 20, alles. Dann ziehe ich mal den Anker hoch. Hm. Beischuss, zwei Treffer. Sparsam, so nett. Das macht Spaß. Das muss ich sparen. Hier schon wieder. Sparsam, so nett. Sparsam, so nett. Sparsam, so nett. Shakespeare dares께 Sinn oder Sparsamative... ... Alter, der ist ja gott der, ey. Ist doch. Der kann doch dafür auch nicht. Doch, Kader. Wenn Sie sich andere jetzt aussuchen sollen. Weck dich. Okay. Okay. Ich brauche Holz. Ohne Holz kann ich nicht mehr machen. Genau so. Was guckst du denn da leer? Hört sich nicht gesund an. So was sollst du doch überhaupt nicht gucken. Ach so, ja. Ich kenne das schon, schon zweimal gesehen. Das ist ein Mädchen, die es gut kann. Das ist ein Trick. Das war aber Trick. Ach. Ja. Dann geh mal in dein Zimmer, Sandra. Ich bin der meins zu machen. Ich habe schon gesehen, einen Tisch habe ich jetzt, einen Stuhl habe ich. so. Dass die Fische alle auch Namen haben und so was. Hast du auch gesehen? Ja. Also bei Kalkopf. Und der andere? Ich weiß, die Schuhe habe ich hier stehen stehen. Ach da. Martin. Hehehe. Du musst das ja nicht da halten. Ach nee. Wo war denn morgen? Oh, das erste Ei. Nein, nein, nein. Einmal. Da auch. Ja, ich glaube, ich brauche dann noch eine Kiste für Eier, Milch und so. Und ich brauche Holz. Es brennt nicht mehr. Ich brauche Holz. Nein, meine Suppe brennt nicht mehr. Ich kann meine Suppe nicht mehr kochen. Dann bleibt es ein bisschen ruhen. Durchziehen. Durchziehen. Durchziehen, genau. Ich habe die gerade aufgeführt, also sie ist auch gut. Das ist natürlich ein Eis. Das kann auch nicht geschmolzen werden. Das ist natürlich ein Eis. Das kann auch nicht geschmolzen werden. auch nicht interessiert. Ich hoffe, dass ich das nicht schätze was mache. Es kommt nicht mehr zu Hause an. Aber jetzt wird uns das nicht aber auch einfach an. Aber jetzt fällt es ein bisschen nach. Wenn das nicht, die ist, dass das nicht so gut macht. Es ist nicht so gut. Wie ist mein, dass das nicht so gut macht? Ah, alles. Ja, Schatzi. Kleine Insel. Pit von Bort. Was? Pit von Bort. Ja. Ja. Ihr treibt immer weiter weg. Aua. Hai Nummer 1. Danke. Wenn wir wieder drauf. Ich hätte nächstes Mal auch ein bisschen Kräuterquark zu meiner Kartoffel. Dann macht ihr selber Kräuterquark. Jetzt muss ich das nächste Zimmer. Hi Tod. Mach halt. Markus an. Ja. Ah, fick dich du. Anker ist unten. Ich bin wieder drauf. Gut. Anker wieder hoch. Willst du ein eigenes Zimmer oder mit Philipp teilen? Ja. Ihr habt ja das größte. Meine Ziege mit rein. Hehehe. Meine Ziege mit rein. Willst du nachts mal rufen? Ziege. 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 Was? Bist du in den Kincs. Jef. Die Kincs. Die Kincs. Däkken. Das ist sehr schön. Was? Was ist denn hier schon wieder passiert? Hm? Wer hat denn jetzt hier ein Hoch, äh, irgendetwas gebaut? Na... Der andere! Hier! Werder! Wieso denn das? Ja... ... Kein Holz da. Hat es heute schon wieder ausgegeben? Ja, ich nicht. Okay. Vielen Dank. 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 Oh Gott. Fange ein seltenes Tier. Was ist denn ein seltenes Tier? Hier? Hier. Er hat gemacht. Aber die Pferde kriegt er hier alle nicht nass. Das ist ein seltenes Tier. 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 Das ist ein seltene Tier. Das ist ein seltenes Tier. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, man muss... Ja, man muss... Ja, man muss... Ja, man muss jetzt am Tag erst sehen. Oh, das war meine Fisch. Ja, man muss... Ja, das ist... Ich finde es gut, so kann ich immer wieder essen und nachmachen. Okay. 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 Jetzt brauchen wir nur noch... Wollen, dann haben wir alles gelernt. Das kriegen wir vom Lama. Ja, und Ton... Okay. 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 Ja. Wo anscheinend ist das küken... Soll ich bisschen angeln, um zu gucken, dass ich wieder Zeit rankriege? So ein Küken... ja, das ist wichtig. Wenn ich das Erechen... Ein Guste ein Heichchen. Fahren wir eigentlich schon wieder? Na, sollten wir... Oh, Insel, keine Insel, hier. Da, genau. So, zweite Ebene. Dippe die Bruchholz. Was brauchst du nicht? Jeder mit seinem Zimmer zufrieden, oder? Reicht doch locker. Die zum Überleben, die zum Bauern. Löwen, mal los. Ööö, Ööö. Eichler-Emission, wenn? Wem mögen da? hat sich ausruhen aber noch eins oder dann können wir noch gleichzeitig durchschießen wo wissen wisten die rechte war gespannt habe ich und schuss gespannt habe ich und schuss alle den anderen hier spannend habe ich und schuss dabei war sie getötet und schuss Oh, da ist wie eine große Insel voraus, ich sehe den Vogel da, ich klinge und eine Ziege laufen, in der Luft, so wie ich gucke. Och, also ich habe keine Insel, ich will einfach nur das Zeug in der Luft rumschweben. Ja, aber da muss ja da irgendwo eine Insel sein, oder nicht? Ne, das war vor uns auch schon so. Ja? Ja. Da läuft ein Wildschwein. Also die Eimer sind nicht deckbar. Missed, Missed. Ja. 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 Vielen Dank. Können wir dann noch zwei, drei Palmen hinsetzen? Okay. Bitte was? Den Hinnabend. Daneben? Oder was? Ja. Na ja, hier vorne. Genau hier. Hier wo du so bist. Genau. Und dann nochmal zwei. Davor. Und dann jetzt. Ach nee, das ist mir dann zu eng. Ist jetzt zu eng? Ja, wenn du jetzt hier noch... Ja, dann können hier noch zwei hin. Da oben sitzt du ja in der Möbel, wenn er schießen will. Ich bin bereit. Eher nicht, wenn. Ich muss jetzt alleine. Vielleicht ist es auch die, die ihr schon einmal getroffen habt und weggeflogen ist. Ja, siehst du, das war die. Oh, die Sonne geht unter, dann können wir wieder... Ey, hack mal schnell die Palmen noch ab und setz mal gleich neue Palmen und dann gehen wir schlafen. Vielleicht... Ist doch ne Idee. Vielleicht funktioniert's. Ey, hey, hau ab. Kann ich irgendwie nicht abhacken. Nee, die nicht. Die hier. Kann ich sind. Ich weiß nicht. Noch nicht fertig. Auch noch nicht fertig. Das sieht aber so aus. Na los dann. Händling. Gute Mockin. Mhm. An die Arbeit, ihr Landraten. perimeter. Ja, kein Problem. Ach. 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 jetzt machen lassen hier schon sachen fallen ich bin voll geben an die palme aber gibt keine achsen mehr ich habe auch kaum heute so das manko dabei das kleine mann wo wir immer haben unser hohen ist weg und hier ist ein loch ich sag doch der hai jetzt größer bauen hier zack segel hochweg sagt ja der frisst auch wenn es da unten ist ja das kenne ich gar nicht habe ich mein haus um ein bisschen umgedingt und dann unter waren löcher ja aber dann ist es neu da hat er sich ein snack gemacht ja extra kann ich jetzt erstmal nur ein herstellen wir brauchen dringend holz nennt sich das schrott verteilt wir haben ein bisschen aber das ist nicht viel was wir haben 16 mal grad heute konnte nach herstellen eine konnte ich so und da kann ich ja gleich wiederholz holen Ja, da eine Insel. Eine Insel. Eine Insel mit den Bären. Einen Pika habe ich auch nicht mehr. Doch, habe ich noch. Aber der ist kaputt. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir brauchen aber einen Lama. Das wäre besser. Hey, 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 hey. Du bist zufrieden. Hey! 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 Hm? Hey! 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 Yeah! Hey! 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 Ja, die eine noch nicht, ey, 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 komm. Weißer ist die Gestefahrt. Sanua schläft schon wieder, hat Heiko schon im Meer. Ey, sag mal. Ja, ein bisschen Holz weggebracht. Ach, Tag, Zieger. Zieger. Ey, Zieger, warte. Ey, Zieger. Vielleicht haben wir Glück und am nächsten Tag ein anderes Tier da. Ja, wenn wir Glück haben. Oder wenn du die nicht fängst, ist dann das Tier sich ändert. Ich weiß es ja nicht. Ach, das ist sozusagen das Öl. Ja, jetzt ist hier so ein Öl, aber hier ist nicht so ein Fisch. Ja, zwei sind schon explodiert. Also zwei sind weg und meistens sind es nur zwei auf einer Insel. Okay, toll. Durch mich sind die da. Ich habe die null gesehen. Null. Ich habe die Nutzung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich stehe unter dem Baum, du Lappen. 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 Den Sonnenuntergang noch genießen aus der Höhle auf. Mit wem ist was los? Philip. Sein Tauchkumpel. Ich stehe unter dem Baum. Das war irgendwo ein Hei. Der ist ja in dem Mainz. Wir müssen das mit den Tieren lösen, wenn die Heide ja unten das wegfressen. Keine Ahnung, entweder verstärken mit Eisen, dann braucht es länger, aber wir werden trotzdem nicht mitkriegen. Also wenn da unten das wegknappt. Hm. Aufs Dach. So, willst du noch mal kicken, Tiere? Und dann könnten eben mal die Pflanzen wieder überall angesäht werden, damit die gleichmäßig dann überall wachsen. Eingesäht wurde. Oder doch gerade eben. Ja? Ja, ich hab sie noch nie gekostet, ich hab sie nur einge... Ach so. Ja, dann machen wir die alle zusammengießen. Okay. Dann nochmal Schmutz, ähm, Alter, Schaufel. Kann nämlich keinem. Zwei Stück. Unter Wasser klingst es auch immer noch ein bisschen. So, Wasser alle. Haben wir noch, haben wir noch irgendwo Samen? Samen? Ja, hier in der Kiste, in der Samenkiste. Ach so. Samen. Samenbank. Hahaha. Äh, das hat sich das hier nicht. So. Ich glaub die jetzt gewässert. Das kennen wir wieder. Oh. Oh. So eine Schaufel sollte ich herstellen, ne? Ja, wenige. Mhm. Schaufel, 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 Paddel. Schaufel. Da hab ich ja bestellt. Oh, ich hab irgendwo ne Batterie geklaut. Ah ok. Na, vom Sprenger. Nee, in der anderen. Alter, hab ich... Könn ich leider nie mitnehmen. wieso nicht jetzt war quasi haben doch die tierform nach oben oder was obwohl ich dann sagen ab aufs dach wenn es fertig ist so der prius städtler ich werde jetzt auch mal Milch kosten, wo ist Milch? hier ich mache jetzt mit dem Eimer da kannst du Milch schmeißen danke oh noch knapp 50 foundations muss ich bauen oder 50 sachen dann haben wir die tausend voll, also ich zumindest ich sehe, warte ich mache schon mal auf da war noch eine zweite, die muss ich leider zwischen echt noch eine? dann kriege ich gleich noch eine mit ja wir brauchen aber dann die bum bum fische um neues schießpulver sozusagen herzustellen innen habe ich noch ja aber mehr Ziegen brauche ich also das ist wirklich gut essen na gut, wir können es zum trinken nehmen anstatt wasser das aber die lassen sich ja nicht decken, das ist das Problem so, das heißt Anker hoch ja, alles ja frösterchen ja fein man hat sogar so'n kleine gesundheits-buff äh äh ätzens-buff ja wenn du die Suppen fressen tust, ja wenn du was? wenn du die Suppen essen tust, fressen tust ne, wenn die Milch isst Ach, die Milch auch? Ja, da kriegst du so ein kleines gelbes Feld dazu, bis es halt nie so schnell runter geht. Genau, und die Soßen machen das gleiche. Wir müssen aber mal so einen Vogel töten. Ah, eine Gatlingarn würde ich nehmen. Jetzt habe ich zwei von euch hier. Hallo? Ähm, wie fährst du denn? Mal die Segel nach Steuerbord ausrichten. Also, ich brauch Holz. Ich muss einmal herstellen. Ich muss mir noch eine Kiste herstellen. Ja, das kommt dann da drüben auf der anderen Seite. Dort, wo der Turm ist. Hier drüben soll der Turm hin, auf die Seite. Dass man hier hoch kann. Mit einer Klebe im Steg. Das macht denn das Boot hier eigentlich. Das macht was er will. Bitte. Aber erst wenn der Tag fertig ist, dann mache ich weiter. Mit dem Hochstand. Und. 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 D. 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 Vielen Dank. Ich habe keinen. Warte, ist kaputt. Erst tot. Dann halten. Dein. Bebel. Ja, ja. Hält er drin, oder was? Ja, ja. Hält er drin. 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 Schatz! Wow, hast du ihn gefunden? Du musst ihn dir in deinem Portemonnaie packen. Auf der Straße. Auf der Straße hast du Geld gefunden? So doll hast du aufgepasst? Mhm. Und du hast irgendwie... ...im Dreck buddeln? Ja. Ja? Das ist die Popper. Das ist mein Gold. So. So, war erstmal TS. Das war 321 da. Warte, ich zieh dich. Nerv weg. Ist das ein Typ. Wieso? So, ein Wunderschönen. Wuhu. Was ist eigentlich mit Scheinfreund heute? Also gar nicht heute los, oder? Ich weiß es nicht. Genau noch. Vielleicht ist er müde vom Arbeiten, oder so. Ah, ich kann auch sein, ja. Oh, was gibt's denn hier? Ja, das ist auch einfach so auf mich, dass ich will. Ja, in den Garten gehen. Schön. Ich bin gerade auf das Spielchenbock gerade. Kann ja auch sein, dass er angefangen hat und gesagt, oh nee. Ja, aber kann man doch schreiben, oder was sagen? Ja, eigentlich nicht. Naja, du. Aber vielleicht ist er wirklich müde von gestern. Ja. Wer weiß, was da los war. Wer weiß, was da los war. Ey. Oh, das war viel, ey. Was? Wo ist ein Hund? Nein, nur Ton. So, bis jetzt komm nicht rein. Wie? Geht er bloß zu viert? Wie ist der, Lena? Wir sind aber nur zu dritt. Ja, wir sind zu dritt. Das stimmt. Aber woran kann er nicht liegen? Freundschaft bei Team ist drin. Ja, ist drin. Da musst du das Spiel einfach wirklich nur öffnen und dann neue Weltkipster, Weltplan und Weltbeistut. Und bei Weltbeitreten müsste ich darauf gehen, dann müsste dein Name da drunter stehen. Ja. Das ist eigentlich ganz simpel. Gummisch, dass er dich aber da denn nicht anzeigt. Ich bin ja bei Weltbeitreten. Aber du wirst bei mir nicht angezeigt. Das ist dann komisch. Ich wirst das auch nicht. Obwohl nicht. Habt ihr Holz für mich? Nee. Das ist so neun Holz. Warte, wenn ich mal speichere und einfach mal neu starte. Können wir gerne tun. Ja. Ja, ja. So, Hauptmenü, Hilfe, Einstellung, zurück zum Spiel. Also, ihr speichert es. Seid wieder raus. Also im Hauptmenü. Zack. Weltladen. Ja, jetzt wird mir auch niemand angezeigt. Und Laden. Ja, nee, ist so. Klar. So, jetzt sehe ich, jetzt müsste das eigentlich nur aktualisieren und dann müsstest du gut sehen. Und du kannst nur dich einladen, nee? Ja, ja, gerade gekickt. So, jetzt hat er geschrieben, jetzt klappt das. Ja, da war es, weil wir drinnen waren schon. Und da ist er, Jan. Was ist? So. Fertz, ein Holz ist alle. Hi, Jan. Ach, da ist er. Guck mal, hier in der Küste steht ja, ist Essen. Ich sage, ich habe mich nochmal in der Hand, zeige ich nochmal alle Tiere. Den verschollenen Jahren, den wir hier auf der Insel aufgesammelt haben. Ich habe es gerade lang gelaufen, ich wollte auch gerade lang gelaufen. Ich brauche Holz. Ach, der findet schon alles. So, kann die Ziegen ja schon gemolken werden? Und dann, siehst du da irgendwie einen Eimer, der kann, mach das mit dir, du kannst auch. Ja, was kann er machen? Na auch, sammeln. Ich würde sagen, looten und leveln, aber das geht ja hier nicht. Ja, einsammeln, wie sie sagen, dann, wenn wir in der Insel am Tauchen gehen. Das ist alles, was ihr macht. Ja, nächste Insel anfahren. Ist schon einer dabei? Ich bin schon dabei. Und alles, was hier drin ist, schmelzen. Das ist auch eine Idee. Cool, dann muss ich das nicht mehr machen. Mein Job. Kannst du haben. Ja, und zwischendurch, im Teil, war mit dem Haken sammeln. Ich denke, man weiß, wie das Spielprinzip ist. Ja, 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 ja. Über eine Zwischenzeit. Ja, siehst du, ich wollte ja mal gucken. Oh, noch acht Stück. Noch acht Foundations. Und dann haben wir das? Dann hab ich es. Ich weiß ja nicht, wann ihr angefangen habt. Ja, wir haben das zusammen. Nee, aber für uns zählt das nicht. Sicher? Der doch. Ja, ich hab 288 Expert Building. Außen. Echt jetzt? Wenn du holst, dann hier in der Kiste hier. Hier. Aber unser Pit ist unser Biber. Der klaut immer alles. Alles? Nur Holz? Ja, das ist ja noch. Du brauchst das ja, das ist dein Nahrungsmittel. Fack ist es, ich finde es nicht. Ich fette aggressiv. Böse. Was war uns denn noch? Nur in die Regel muss ich füttern. Ja, du kriegst auch noch ein Zimmer. Ich muss eh noch zwei, drei Zimmer bauen und ein Gästezimmer und so. Ah, er steht auf dem Zimmer. Ist ja geil. Aber, warte mal, haben wir jetzt eigentlich, wie viele Betten haben wir denn? Da ist eine Matratze. Eigentlich fehlt eh ein Bett, wa? Nee. Sandra, dann liegt er bei dir erstmal auf der Hollywood-Show draußen auf dem Balkon. Meinetwegen? Ja, wenn sich Sandra auszieht, weggucken, ne? Hallo? Was denn? Ich habe doch noch ein Zimmer. Na, ihr teilt euch gerade ein Zimmer. Also eher auf dem Balkon. Ja, ich habe doch auf dem Balkon abgestürzt. So, also alle ab ins Bett, oder was? Lieg! Haben wir jetzt hier im Monat schon rum? Äh, 39. Oh! Ich liege. Alle Spieler müssen schlafen. Hilfe, Vieh, Fett, Hilfe. Schlaf, Fett. Nee, nee, Hilfe heißt, der ist irgendwo. Ich setze erstmal einen Anker. Eine Insel sieht er. Achso. Ja, gut. Ich habe erstmal Anker und ab ins Bett. Jeder ab ins Bett. Nee, da drüben muss er. Hier, guck mal, hier. Und dann hier. Hier ist deine Hollywood-Show draußen. Gute Nacht, Sandra. Gute Nacht, Marco. Wie machst du das drüben? Ja. Guten Morgen, ihr Idioten. Toll, ich hatte gerade Geld in der Hand. Jetzt ist es weg. So, Anker, wie ihr sagt, ihr machtet schon. Hallo. 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 Hey. 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 Willi. Wir sind live. Ja. Ist das schlimm? Nö. Hey. ja wir haben ein bisschen ruft hier noch ein bisschen ja komm einfach online ja kümmert ihr euch um die insel ja schrott steine alles sammeln aber gibt keine axt mehr wir brauchen alles was du findest ich steine auch denke ich für feile da muss nicht jeden einzelnen mit ich glaube wir sind und dann wieder so ein fisch ich höre das hier blubbern ja unter unserem unter unserem fluss ist ein fisch und der hai auch also bitte der der ich habe auch keine pike mehr ich habe aber kein holz ohne holz kann ich hier wie sonst machen wir brauchen alle holz stell dich hinten an eigentlich müsste sich der bieber hinten anstellen ja nein gerade der so der hai ist beschäftigt ich habe auf alle fehler mit dem Huhn am Anfang und wieder so ein hessliches wieder ein hessliches ich habe ein blaues ich habe ein blaues ja das ist ein blaues ja das ist ein blaues ja die sehen alle so aus bloß die Farben können anders sein kann man den Kugelfisch essen? nein wir brauchen das irgendetwas machen ja also doch den Kopf kann man gibt es ein Rezept daraus kann ich was beim Essen machen ja ja wenn ich setze die so lange auf solange ich sie noch nicht brauche siehst gut aus und der schmeißt wenn du ihn nutest der schmeißt auch blaues blup blup zeug ab und 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 das brauchen wir um die Tiere zu fangen Ah, okay. Vielen Dank. Was baust du denn jetzt da? Ecke? Ja. Der hat den Hochstand? Hochstand? Wozu? Um aufs Dach zu kommen. Achso. Weil wir... Hat deine Baurei mal ein Ende, dass wir mal eigentlich Holz ein bisschen zusammenfassen können? Aber nein. Wie kommt es denn jetzt da auf? Ich werde das Holz die ganze Zeit zu Worten. Und danach... Ich werde ja nie das böse gut, weißt du nicht, dass Holz einstecken hat. Danach... Sehr gut. Schleim können wir immer gebrauchen. Ne, und danach... Jetzt noch weiter mit... Mit die anderen Zimmer. Ich muss da noch andere Zimmer bauen. Muss du nicht. Hör doch mal auf. So. Deshalb eigentlich können wir die ganzen anderen Palmen auch ansehen. Essen in der Küste da. Essen in der Küste da. Vielen Dank. Die anderen Zimmer wird dann in die Richtung weiter überrotein. Und schon geht der Pit dran. Und? Wie viel hast du genommen, Pit? 40. 60 drinne. 60 waren drinne? 60 hab ich abgekommen. Dann renn schnell vorne an die Holzküste. Ja. Mach ich auch. Nein! 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 Das ist ein kleiner Biber. Ja, schmeck das mal in der Küste an. Aber du kannst aber auch mit uns reden, wenn du möchtest. Vielleicht möchte er nicht. Du nervös. Oh Gott. Ja. 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 Ich bin bei der nächsten Insel wieder dabei. Ja. Ich geh auch nicht runter, weil ich jedes Mal abkackele. Ich sterbe sofort immer. Das nervt. Ja. 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 Nein! Ja, das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächsten Samstag, da bin ich auf eine Hochzeit eingeladen von meinem Cousin. Und danach ist die Geburtstagsfeier am Sonntag von meinem Neffen. Ist das richtig, von meinem Bruder, der... Der Ton ist dein Neffen. Ja, ich kriege ich hier sein. Genau, von meinem Neffen. Also, dicke, 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 fette Party. Durchgehend. Wegen Grillen, Mai, oder was? Wie war es in Ägypten? Ich stehe schon wieder zu viele Fragen. Oder ist da, äh, hier, ähm, wieder... Na, wie nennt sich? Paintball dran, aber euch. Ach so, wegen Umzug. Ist jetzt soweit. Na toll, äh, hier war ein Fisch. Ein Kugelfisch, das war mal ein Kugelfisch. Er zieht da jetzt ins Haus, sozusagen, ja? Da kommst du eine Woche vorher und fragst mich. Das wäre gerade nicht dein Ernst. Kannst du da nicht so 14 Tage, zwei, drei Wochen vorher Bescheid sagen? Nein, du willst ja nicht erst, da dir es dann. Ach so, ah, das ist sehr spontan. Aber bist du noch mit ihr zusammen, oder? Sonst muss ich mal jetzt aufhören hier und dann muss ich mal schnell losfahren und dir, äh, gewaltig in den Hintern treten. Vor allem, wie er jetzt nicht schreibt. Freundchen. Okay, ja, alles klar, der ist super schreibt. Hat dir aber ein bisschen Zeit gelassen, die Nase. Ja, aber es ist ein realer Pixel. Ist das? Äh. So, Freunde der Sonne, Holz, Holz braucht der Pit. Nicht nur der Pit. So, ist... Ist so weit, alles, äh, abgelootet, denn, äh... Ja, aber ich würde sagen, wir legen uns draußen hin, oder? So, seid ihr jetzt gerade da ganz oben? Ich bin irgendwo im Wasserkreis am Arschabelt. Am Adi-Wed? Geil. Grüß schön. Mann, ich hab irgendwo mein Headset hingelegt, ich find das seit Tagen nicht mehr. Ich hab zig tausende Messer in meinem Rucksack. Flaschenöffner und so weiter. Äh... Dann... Guck mal, wir haben hier hinten auch Kramkisten. Da kannst du dich einfach nur reinschmeißen, musst nicht alles sortieren. Nee, das mach ich nicht. Na, war nur so... Na toll, jetzt ist Sandra traurig. Eigentlich ist das ihre Lieblingsaufheber. Ja. Äh, da fehlt ein Bett. Kann ich noch eins bauen? Holz. Sechs Stück. Haben wir irgendwo sechs Holz? Guck mal, was ist das aus? Äh, dann, äh... Ablegen und los, oder was? Nee, war ja auch. So, alle Mann angetreten hier vorne? Hast du schon alles Holz abgebaut, ob du... Ja, hab ich schon. Bist du sicher? So, Sandra ist da. Ganz sicher. Ja, sicher. Der Jana ist da. Immer komplett rum und dann hoch. Höhle komplett mitgenommen. Oben alles mitgenommen. Hast du dir das Bett, äh, aus... 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 Aus deinem Zimmer genommen? Oh, dann sind... Dann sind überall, äh... Jeder geht in sein Bett. Philipp, äh, du... Äh, da ist ein Zimmer. Wusstest du schon finden. Da steht dein Name irgendwo. Ja, ich weiß nicht. So, liegen alle? Nee, sonst würde ja der Brüttchen schwarz werden. Der Jan fehlt, glaube ich. Der ist dann nicht an mir vorbei. Jetzt kommt der Jan. Ah, ist das schön, bei den Ziegen zu schlafen. Deshalb brüchst du frühs immer so ein bisschen streng. Ja, die Ziegen kannst du hier übrigens nach oben verfrachten. Ja, hier oben kannst du voll austoben und kannst hier Käfige machen und Unterstand für deine Ziegen. Willst du das Ding hier, willst du nicht am Rand? Ein kleines Häuschen auf einer Ecke? Kann man die ganzen, kann man die ganzen Häuschen nicht abfällen? Nein. Nee, die ganz großen leider nicht. War ja schon aus. War ja schon aus. Ist das dämlich. Ja, ja. Das gute Holz. Ich glaube, die sind noch nicht, die müssen noch ein bisschen. Nein, die gucken oben rüber. Gut. Alle? Alle? Also wir können weiter, ne? Ja, bestimmt alle. Ich brauche jetzt. Nee, so groß wollte ich mal die bauen. Nee. Kann ich so einen Kugelfisch auch anhängen? Gebt mir mal einer einen Kugelfisch. Müsste eigentlich gehen. Hier hinten in die Box hier. Ach doch, ich habe doch schon bei irgendjemandem im Zimmer... Ja, bei mir. Es war schon bei jedem im Zimmer ein Kugelfisch. Na, Tatsache. Oh, die Schrift geht jetzt auch eine andere Farbe, sehe ich gerade. Echt? Ja. Jemand hat die Schrift eingefärbt. Oh, Essen kommt. Oh, da rar ist der Arzt. Oh, es sieht lecker aus, Sandra. Willst du mal sehen? Du bist doch so gemein, wenn du mir das hier zeigen tust. Es sieht voll lecker aus. Pass auf. Und dann setze ich ein Auto und komm zu mir. Gib mir was ab. Es gibt Spaghetti mit Mischemüse und Berner Wurstchen. Oh, nee. Nee, kannst du alleine. Du brauchst mich nicht. Wir hatten sie dann ja zu viel Müsse, oder was? Ja. Ist doch hier nur Fleisch. Aber jetzt habt ihr die Chance, das Holz zu nehmen. Ja, aber einer müsste hier auch wieder neu anpflanzen. Ich setze Stecklinge. So, die Ziegen werden uns umfallen bald, weil keine Erde... Äh, hast du sie aufgenommen, oder was? Ja, der pflanzt sie doch um. Ach, stimmt. Du siedelst sie ja um, stimmt. Dann habe ich ja jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, jetzt ist das auch noch so, was nicht ständig da ist, sondern immer wieder neu gemacht wird. Das war halt nur heiß, das ist ja. Ja, ich... Äh, wo bist du? Ja? Achso, äh, nee, das kommt alles weg. Und dann baue ich von hier aus einen Steg hier rüber. Und dann kommen hier noch zwei, drei Apartments hin. Aber gleich im zweiten Stock. Wo unten kommen ein paar Pfeiler hin. Irgendwie so werde ich das zum Zaubern. Aber erst mal erst. Da geht die Zieger auch wunderbar. Alter, was ist denn das? Was war das? Genau noch. Ich wurde vorher. Na, hallo. Da schlägt wirklich so in der Nähe. Hallo. Da zieg... Da zieg... Da zieg... Ich schläg jetzt, oder was? Was? Da zieg... Ich schläg jetzt, oder was? Wieso? Ich schläg da bei Ziegen. Beide zieg ich nicht, ich schläg da. Ja, aber da... Was? Ich stink so. Äh, ich will ja nichts sagen, aber da läuft ein Huhn rum da drüben, ne? Was? Ja. So hässlich, das kann ich leider nicht mitnehmen. Wir brauchen aber... Stopp mal! Stopp mal! Stopp mal! Das ist mein... Genau, das sieht nämlich genauso aus wie du. Das ist mein... Wir brauchen dringendst ein Lama. Okay. Wir brauchen bestimmt eine Kanone, kann das eigentlich? Ja, wir müssen in der Kiste, aber ich weiß nicht, wie viel Schießpulver da ist. Äh, er muss zu mir kommen, ich hab noch eine Ladung und das Teil hab ich einsteckt. Ja, hab ich. Das, 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 das... Ja, ja, komm. Ja, hallo. Das kann komplett Erdbundleiche macht werden. Okay. So, wie genau schießt das? Äh, ganz genau. Äh, dann brauch ich nicht direkt dran stehen. Nee, du musst ja Abstand, die rennen ja weg von dir. Ja, musst du nicht, du kannst dich direkt drauf vor stehen. Echt? Ja, ja. Besten ist, wenn es, wenn es dir auf dich zu rennt, erst hinterher rennt. Und wenn es auf dich zu rennt, dann holst du es dir. So, wer hat Holz? Niemand. Nein. Ich hab doch grad zu viel abgerissen da hinten. Wir müssen unbedingt weiterfahren, dass wir Holz angeschaffen haben. Ja, gleich weiter. Ja, ich brauch die Eier. Ja, ich brauch die Eier. Da, wo, da. Da, sie ist verkackt. Okay. Okay. Kannst du denn heute ein bisschen länger eigentlich oder musst du morgen wieder arbeiten? Ich mach halt Kapendor, also ich mach halt bis zum Achtung, das geht nicht mehr Ah ok Ok, was ist das für ein Cheat da? Wo ist das hinten? Ah ok Ein Tages 5 Oh, wir hatten den Anker hochgemacht, das Floß bewegt sich ja. Ich nicht. Sind alle da? Nee, nee, nee. Der Anker ist aber unten. Okay, ich hab's verkackt. Das ist durch den Sturm, den Wind, beim uns ein bisschen bewegen. Okay. Okay. Wir haben alle momentan kein Holz. Weil Pit da umbauen tut ihm. Esso? Bin ich gar nicht. Jetzt hat er mal, jetzt baut er mal Nino. Vorher hat er alles gebaut. Deswegen, ich angle jetzt so lange, bis ich wieder Holz da ist. Ich hab heute den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Ja, ich weiß, aber es reicht nicht. Das ist wirklich ein Problem. Bei Pit immer seine Projekte immer weiter. Bei mir soll es doch egal sein. Wenn kein Essen mehr da ist, dann isst du's. Ich will so ein Hütchen haben. Fang dir eins. So sind wir fertig? Können wir weiter fahren oder fahren die schon? Ich will nicht weiter fahren, ja. Chill what? Chicken wings. So, dann Anka, alle da? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf da Sandra. Okay. Jetzt. Anker wird eingeholt. Da, was du schon mal an? Du bist ja Nowakin. Einmal-Akut! Grazie. Du bist ja jetzt. Schein. Der hat ich, wenn du so richtig rum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen, der in die Sonhafen so clefst Ok Jan, Gute Nacht, schön, dass du da warst, pack deine Sachen, was du so hast, in der Küste, am besten in die Kramküste, falls wir das brauchen, das wär lieb. Jo, bis später. Ich liege im Bett und bin kurz afghan. Achso, da war ja Norbert, alle ins Bett. Ein Moment. Ja, Moment, ich war noch auf dem Klo. Oh, ich bin auch im Bett. User disconnected from your channel. Morgen. Erstmal waschen gehen. Das spricht bei dir nix, glaube ich. Oh doch. Ja, als bei dir. Ah, na, ich wusste es. Ich wusste es. Was macht ihr denn schon wieder? Wir haben uns das gesagt gegenseitig von der Nase weg. Zum Glück seid ihr da beschäftigt. Ah, du Männer. Oh, ich weiß nicht, ich bin auf. Scheiße, nein. Ja, ich hab ein bisschen Sturz. Scheiße. Nee. Aber warum nie? Das ist ein Witziger gewesen. Ah, meine Axt verkaufen würde. Nicht schlimm. Ich mach für dich weiter. Da haben wir neue Einpflanzen hier. Da ist ja irgendwie immer keiner, der die Holzdinge abhackt. Ah, ja. Machst du Wasser rein? Ja, ich muss versorgen. Ja, ich muss versorgen. Ich muss versorgen. Ya. Ja. Das ist schön, aber nicht ganz schön. Ich habe meinen, dass ich mühleisch gemacht habe. Ich habe mir eine kleine Zeit, die ich kieße. Ich muss mich mit einem kleinen Teig zu machen, um und ein bisschen zu tun. Ich kann mich nicht mehr so machen, aber ich habe mir etwas zu machen. Ich habe mir in die Kräfte noch einig. Ich habe mich einfach noch zu machen. Ich habe mich nicht mehr zu machen. Ich kann mich nicht mehr zu machen. Ich habe mir schon einiges Gefühl bekommen. Ich kann mich nicht mehr zu machen. Ich kann mich nicht mehr zu machen. Vielen Dank. Oh, danke Weltbester. Wenn du magst, kannst du mitspielen. Wenn du das Spiel hast und Lust hast. Du hast das Spiel, na denn mich bei Steam enden und dann kommen wir drin. Und das wird es nicht so. Ich brauche Holz. Ich will ja nicht so sein. Das ist lieb von dir. Warte mal, irgendwo ist ein Hai? Ah, der ist schon weg. Wie bei Switch Pit Berlin 88. Warte, ich zeig's dir eben mal. Oh mein Gott, ich zeig's. Oh mein Gott. Hier. Da kam auch schon die Einladung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielen Dank. Eine Möwe ist im Nest. Toll, ich kann es ja nicht mehr lesen, was dann im Chat steht. Ja, guck dich um, essen und trinken, wirst du finden. Dein Bett, dein Gästebett ist erstmal hier auf dem Balkon. Anker setzen. Ach, Holzsperr, nee, was brauche ich? Hat jemand, genau, abgeerntet ist, alle wieder anbaut. Ja, du kannst auch zu uns ins TS kommen. So, haben wir jetzt schon wieder ein Fuller reingekommen, was ist denn hier schon wieder los? Ja, danke Skyhunter. Ja, na klar, kannst du wieder mitmachen, komm, renn. Weltbester, kann jemand mal schreiben? Weltbester. Ja. 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 Achso, du trechst ja. Okay. in ihrem bett so wir haben wieder neuen weltbester muss er auch wieder auf meinen balkon schlafen wir brauchen noch ein bett ja ja schon wieder gekommen Und jetzt sind wir noch mehr Leute Oh Gott Das heißt noch mehr Prügel Und Holz oder was So ungefähr Die kriegen alle kein Holz Ich glaube wir führen jetzt hier Das ist ja ein eigener Start jetzt hier schon fast Ich glaube wir führen Steuern ein Pro Tag 50 Holz an Bits Die müssen das mit deinem Euterlobz Warte mal Guck mal ob Weltbester schon im TS ist Ne noch nicht Na ja alles im Ohr geweihten hier Ja Leute Ich kriege kein Holz Kein Essen mehr Kein Essen Wir alle verhungern Alle sterben Solange wir uns aufheben Wir finden es alles gut Ne ich würde sagen Wir setzen einfach noch ein paar Palmbeter Du musst einfach mal mit deinem Konsum ein bisschen reduzieren Hä Verstehe ich schon wieder nicht So ein Scharnier brauche ich Oh guck mal hier Da war gerade ein Fass Ich kann doch gerade ja nicht alles lesen Das letzte wurde mir ja nicht angezeigt Aber jetzt überfordert Schreibst du mal ein S damit du sehen kannst du da stand? Ja Was wir brauchen sind hier diese Pika wieder Weil ich kann den Hai ja nicht töten Hallo Hier Hä Hast du mir jetzt was hingelegt? Ich hab dir nicht schön gelögt Komm her Krieg die Kutsch Immmmmm Tammamm Phà No Amba Hä Ha Schöner Ding. Was ist jetzt los? Alle Dudes. Wenn ich den Stream nicht gucke, so viel können wir nischt. Nee, der Pitball übersorgt sich gerade ein bisschen Holz. Was hast du jetzt dafür abgerissen? Nein, 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 nein. Ich hab nichts abgerissen. So. Nägel und nochmal sechs Planken, dann halt das nächste. Das nächste B-T-Baut. Und da hin die Nägelkiste auf. So, hat jemand sechs Planken, sechs Holz für mich? Nee. Kann doch nicht wahr sein. Sechs, ja? Ja. Vier. Mehr gibt's auch nicht. Ich hätte es mir überlegt. Na, ich will. Das ist so. Das siehst du nie wieder. Ich weiß. Das ist so für die Ergemeinheit. Wie oft ich den Bellen, wie oft ich der schon geholzt gegeben habe heute? Auf dem TS-Server, naja, die IP, die steht im Stream. Guck mal, ähm, im Tag steht die oder unten bei meinen Daten, da steht die auch. TS, also TS3.dezentfertig.de, irgendwie so. Heißt sie. Nee, hey Siri, hab ich nicht gesagt. Hey Siri, halt die Gusche. Siehste? Wollte sie mit mir jetzt nicht mehr reden. Ich muss sagen, halt die Gusche. Move. Okay, warte. Warte, 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 ich muss hier erstmal jemanden runterziehen. Hi, hi. Hallo. Hallo. So. So, jetzt. Ja. Ich danke. So. So, Nägel sind langsam alle. Mhm. Da treiben wir mal weiter weg von der Tür. Achso. Du hast es schon drin gesetzt. Das ist jetzt. Hast du gleich Wasser? Warte. Warte, mach ich. Mach ich, ich renne. Naja, irgendwie trink ich nur. Aber, hä? So. Na, sieht doch jetzt super aus. So, passt hier vorne jetzt noch? Nee, jetzt würde ich es einlassen. Wir haben doch nur die zwei davon, oder? Ja, ja, wir haben nur die zwei. Ja, ja. Aber irgendwie kommen wir ja nicht hin, sondern gehen immer weiter weg. Echt? Mit Gegenwind. Ja, ja, mit Gegenwind. Das war ein Fehler. Ja, wer auch immer da die fünf Holz drin gelegt hat. Sind jetzt weg. Ja, und wer hat sich geteilt? Weiß ich. Ja, genau. Ich bin am Boot reparieren. Lass mich. Hier sind überall Löcher drin. Aber wir haben doch gerade ganz viel Holz. Hat doch irgendeiner abgeholzt. Ja, du kriegst nichts ab davon. Okay, dann kennst du es. Hä? Muss man einmal, wir hatten Ditzel sich überlegt, so zu bauen. Wo bist du denn jetzt? Ich will mir mal die Tiere oben angucken, aber das ist ja... Oh, das sieht aber schön aus. Er lobt den jetzt so sehr. Wen? Der... Ja, warum war der da? Schön aus. Ey, lobt den jetzt so sehr. Ey, was wollt ihr da bei meinen Ziegen machen? Ich... Hallo? Ich nehm mir die... Ich hab's ja nicht rein. Da! Die Batterie ist alle, ne? Ja, was ist hier los? Ich hab... Ich hab der Ziege einen Fisch hingelegt. Was? Er ist nicht was. Er ist nur Menschen. Ähm... Die Batterie ist alle, ne? Weiß doch. Ich will ja nichts sagen, aber immer noch keine Speere da. Ich geh jetzt schlafen. Was willst du haben? Eine Schere? Nee, Speere, damit die Tiere... Ja, wenn du mir holz, ich mal wende nicht mehr mein Holz dafür. Kannst du knicken? Du hast ja holz gekriegt, dafür ist es doch. Nee, nicht zu wissen, was ich hier... Äh, hallo? Mein Bett ist verlegt. Mein Anrufbett ist auch verlegt. Ich schlafe jetzt raus. Sind die Ziegen frei? Nein, ich kann nicht mehr, weil das ja mein Bett ist. Achso, okay. Dann muss ich die Bude mal absuchen. Ich glaube, wir haben keinen Schmäh. Ja, warum liegt ihr denn alle? Das geht's ja nicht. Weil die Frau muss arbeiten, ist doch ganz klar. Und wenn ich kein Holz hab, dann kann ich nicht noch ein Bett bauen. Merkst du den Fehler, Samme? Ja, die können ja mal deine scheiß Terrasse abreißen. Nein. Pass auf, ich kann bauen. Ich baue dir ein Bett. Komm her, warte. Plastik. Ich habe das Bett, sogar zwei Stütze. Da legen sich fremde Männer drin. Ja, warte. Dafür kann ich ja nichts. Ich mache erst mal ein Notfallbett bei mir. So, kann einer bei mir mit schlafen. Ich baue ein Bett im Flur, okay? Das ist ein Hochbett. So. Und da drunter ist auch noch eins. Und du paddelst jetzt wohin? Äh, gerade zur Seite, die da vorne ist. Ach da. Die Segel sind ausgerichtet, ja. Ja. Oh, wie. Ansonsten alle mal ein Paddel in der Hand genommen und mal losgepuzzelt. Weil die Holzkiste fehlt, wo sind die jetzt hin? Ja, ich habe gerissen, weil die brauchen wir ja eh nicht. Siehst du, sie wollte mir gerade Holz reinpacken und du reißt eine Holzkiste. Ich wollte dir einen Scheiß, wenn ihr ein Freund seid. Pippi? Da sollen wir mal Pippi machen? Mann, da ist doch noch ein Holzbär. Leute, ey, hier nicht einfach kaputte, halb kaputte Sachen rein und nie wieder verwenden. So nicht, Leute. Ja, ich weiß nicht, dass ich das gut fand. Wir haben eine Ladung, da hinten jetzt haben wir. Ja. Ja super. Kannst du das einstecken oder was? Äh ja. Komm her. Du bist einfach die Gäste. Ja ich tue sie in die Gäste nie, dass sie irgendwo in der Luft hängt. Ähm. Wir stehen Leute ne, ist euch bewusst. Ich brauche eine Warte. Danke. Du warst. Danke. Wer das innerlich gut werfen konnte. Und ich quasi das Holz abgekriegt hab. Ja. Oh wo ist denn jetzt die ganze Milch hin Leute? Ich habe alles hochgetauscht. Wieso hoch? Ich brauche die zum kochen. Na dann nimmst du dir das Ding runter und dann schaffst du es wieder hoch. Was die Eimer? Ja. Na dann kommen keine Eimer mehr raus. Was? Ja. Da kann ich jetzt keine Eimer mehr. Dann nutzt du meine Ziegen nur aus. Und jetzt nutze ich deine Ziegen aus. Und die nutzen ja auch nur einen Pals aus. Die E-Finger nehmen sie ganze Hand. Oder den ganzen Körper. Oder das ganze Holz. Oder das ganze Holz. Oder das ganze Holz. Dann kommt ja mal aus. Wer kocht denn hier unsere Zutaten? Ja? Die scheiss zusammen. Ich ne, ich koch. Mann, das kann kein Schwein essen! Hattet doch vorbereitet. Alles. Super. Wir brauchen einmal Milch! Mann ey, Ok, könnte jemand an den Anker gehen? Ja, bin dran, sag an Hallo Ziegen, ich brauch Milch Theoretisch kannst du das Gibt's noch nicht mal Milch ist Weihnacht Ok, alle meinen Tauchersachen und alle ins Wasser Viel Spaß Jungs, ich koch weiter So, also zwei Fische Hab ich, ein Ei, eine Milch Ey, da hat schon wieder jemand gekocht Ich ne, ich koch nicht Und das kann man nicht essen, das ist das Problem Das kann man nicht wegkaufen Du, bin kurz mal am Bad, bis gleich Irgendjemand säuft hier ständig und tut das Ich hab gesagt, alle ins Wasser Oder an Land Ja, viel Spaß, auf Kraft Oh fuck, da hat's steig geholt Alles klar, nee, geh weg Ja, deswegen geh ich ja mal auf die Insel Mit dem ministry Ich kann euch ja mal auf die Insel Töne, dann Ja, beim Nachbarn Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wieder da. Boah. Bitt steht rum. Steht da alle rum? Seid ihr jetzt alle AFK oder was? Nein, nö. Ich bin auf der Insel. Ich bin auch auf der Insel. Achso. Das ist schön. Aber Marco mal wieder AFK, wenn es auf der Insel geht. Ich bin auch auf der Insel. Ich bin auch auf der Insel. Wegen Wasser. Ja, dann gebe ich dir meine Pfeile gleich mit. Ey, ich habe ein Stück. Oh, na, dort sind ja drei Stacks fast voll. Aber wir jagen das Scheiße. Ey, wurde. Okay. Was macht ihr das Vogeltier da? Ja, ich bin fast tot. Das ist das Problem. Krass. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man das am dümmsten macht, sag ich mal. Du musst es auf dich zufliegen lassen und dann musst du es halt abschießen. Lässt es aber auch sofort den Stein fallen. Ja. Aber du gehst ja mal ganz nach oben. So. Komm her, du blödes Vieh. Ja, 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 ja. Hast du so gedacht? So, das war auf jeden Fall ein Trafoch. Genau. Hier, komm her, du hast Samen einstecken. Tu dir mal stecken. Ich nehme nur noch Palmsamen mit. Ach so, keine. Keine. Amo nehme ich nicht mehr mit. Holz, aber... Fokus ist das Ding. Hat sie die Millionen, würde ich schon mitnehmen. Millionen sind auch relativ gut. Dummes Vieh. So, da ist er wieder. Und, was geht ab? Ja, irgendjemand nimmt unser Essen hier weg und kocht irgend so einen Scheiß, was wir nicht essen können. Was? Ja, die ganze Zeit, ich weiß nicht wer, aber... Ja, meine Schüsseln werden auch immer weniger, also komisch. Hoffen wir auch her, ne? Ja, wie bitte? Hat getroffen. Ja, ja. Okay, tschüss. Warten? Nicht nach unten, nein. Ach komm schon, komm schon. Ach Gott, na, jetzt geht die Rümer runter. Ach, hier, da ist es. Oh. Ja, getroffen. Ja. Ich hab mich wieder nimmst. Oh Gott, der war da. Alter, von hinten. Was ist denn da? Ist halt unten. Ne? Ja, ne, wir machen sie gerade besser. Gute Nacht, tschüss Jan. Tschüss. Alter, wieder von der Seite. So, jetzt kommt sie. Oh Gott, da, da kommt sie. Ah, hier, da. Ja, ich hab's gesehen, da unten ist es. Ja, wir brauchen Halt. Also ich glaube, du würdest nie aufhören, das war jetzt das Problem bei uns. Okay, traf auch. Niemals. Äh, du kannst doch aber hier schon wieder abernten. Ja, aber das bringt doch auch keine Punkte. Wir kloppen uns im Holz. Das ist ab nochmal. Guck mal, jetzt sammelst du das ganze Holz und verbaust das gleiche wieder in deiner Karate. Nein. Nein. Wir brauchen nix, vorproduzieren nix, also. Wollen wir? Das ist halt ganz schön lange, aber jetzt. Ja, wenn wir da eine Wunde draufschließen, gucken wir mal, was ich fangen kann. Komm, wir fliechen. Das wäre das Erste, was ich hätte versucht. Können wir fliechen? Warte runter. Hä? Das muss man ständig von da unten ist. Greff auch. Echt? Ja. Na, ich wollte wieso mal fangen, halt? Wollt doch, Greff auch, und da ist es tot. Tot? Habt ihr den Vogel? Ja. Nein. Jawohl, wir sind die Könige. Ja, ich hab den Erfolg. Dankeschön, Jungs. So, jetzt kannst du mir ein paar Pfeile geben. Dann geh ich noch. Fischfischer ja. Ähm, hier. Dein Pfeil reicht völlig ausgängig. Ja, ja, ja. Fängst du mir jetzt zu holen? Ich bin zu holen. Ich bin zu holen. Hätt mir aber lieber das Lama geholt. Ja, nee, hier gibt's gar keinen Lama. Ähm, weiße. Das weiße Schaf. Weiße Ticke. Aber nee, ja, ich kann nicht machen. Ja, wir brauchen die Fische. Ja, der bin hier schon unterwegs. Ich muss erstmal zurück zum Schiff. Erstmal entladen. Ich hab ein bisschen Holz. Laden klingt immer gut. Na, was hält den davon, wenn wir Garten spielen? Nee, Garten spielen. Oder wollt ihr weiter noch drücken? Ja, wir können ja jetzt noch bisschen morgens schnell schlafen. Und dann können wir... Dann sammle ich noch so schnell das Ruhn ein. Und dann... Okay, hier ist ne Höhle. Keine Höhle. Höhle? Ja, Höhle. Na, okay, dann brauch ich ne Schrauben. Hab ich den. Ich hab aber zwei Stück hergestellt. Ja, ich hab auch keine einstecken. Aber ich... Beine einstecken. Dankeschön. Dann wieder... Oh, oh, oh! Oh, ich mach... Oh, ich mach'n Handel auf. Holz verkaufe ich jetzt. Marco, willst du Holz? Nein! Gut. Ich schenke dir Holz. Und jetzt? Ich tausche gegen... Ach, keine Ahnung. Ich tausche Holz gegen Holz. So ein Holz von mir. Ja, gegen zwei Holz verneuert. Ich glaub, ich hab hier grad 60 oder 80. Saka, ich mach' jetzt nen Handel auf. Okay, ich bin los. Komplette in ne Ecke weggeln müssen, ne? Durch den Hall. Ich bin los auf der Insel. Warte, wo bist du denn? Ja. Bin grad eh mal rumgelaufen. Ja, hier. Guck her. Hier, wo steht er? Ja, hier. Ach der. Weggel. Ich hab' nur mal geguckt, genau wie's mein Schafen geht. Ganz cool, oder ne? Mein Schafen. Warte, wenn wir nicht schlafen gehen? Ja, ich bin schon unterwegs. Guck mal, hier fliegt mein Schafen. Geil. Meine Schafen liegen in mich. Ja, ich will nicht mal nicht wissen, was du noch für den Schafen machst. Komisch. Ich weiß ja nicht, was du mit deinem Huhn machst. Mit den Club-Shopen? Ach, ja. Meine Schäfchen hier noch. Oh. Bitte, Morgen. Morgen. So, komm wieder. Schöne Blockhaus, bitte. Du willst Holz? Du willst Holz? Ach so. Ja, 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 ja. Ja? So, dann geh' ich mal das Philips Huhn hier holen. Und dann spiel' ich Garten. Oh, okay, ja. Ja, war der okay hier. Alter. So, dann guck' ich mal, was ich hier sie. Böde Scheiße. Was brauchen wir denn? Habt ihr irgendein... Das... Wir haben Flos... Wir haben Flaschen... Wir haben Schraufeln. Wir haben Puddle. Enterhacken haben wir auch noch. Ja, das sind die Schlechteren. Aber scheiß drauf. Denn trotzdem... Ich hör' es vorhin nochmal schnell, dass das... Ja, da ist nur noch... Das ist nur noch... Ja. Ich such' nach so'n komischen Fisch. Nach'n komischen Fisch? Ja, so'n Kohlfisch. Ach so. Ich wollte noch einen kleinen Rundfuhl. Den man anpickst. So, haben wir noch einen Nägel. Ja, massen. Ich muss erst mal wissen, wo das Huhn jetzt war. Habt ihr jetzt die Hängebetten gesehen? Äh, die laufen irgendwo rum, ne? Was ist mit Hängemappen? Die Hängebetten. Nee, hab ich jetzt nicht gesehen. Komm mal rin, in Flur. Hier. Hey, geh mal weg, du blöde. Besucherbetten. Nee, das ist geil. Ich bin schmuck. Äh, äh. Als ob der mich hoch trifft, ja, ach so. Man bleibt nach oben. Okay, hier ist die Ziehchen, die du freitest. Die Ziehchen, wo. Wenn's keine Hänge gibt, dann doch. Ich glaub's, es ist voll nach oben gebackt, Marco. Du hast gesehen. Ja, ja, ja. Also, kann nehmen uns erst, das wird... Ja, wir hoch. Das ist doch nicht schlimm. Nö, ist ja, nein. Ich sag ja nicht, dass es jetzt schlimm ist. Ich mein' nur, ich bin hochgepackt. Nee, ja, nicht. Dank, dass es bis nach oben hingab. Gibt's kein Kugelfisch. Ich find' den. Doch, das sind solche, solche... Darunter sind die mal. Verzeihung? Komisch, ein, äh, wie Ölfelder sehen die aus. Also, aber nur mit Schlettern. Ja. Hm, so grünlich gehalten. So, Äxte sind auch jetzt wieder drin, ne? Was brauchen wir noch? Das für den... Naja, hat das Huhn gefressen. Und schon reicht wieder mein Holz nicht. Das war's schon wieder. Ihr habt dir so viel gegeben. Ich weiß, aber ich muss ja her... Nein, ich muss herstellen für die Gruppe. Sonst soll ich mal grob, ich brauch dies, ich brauch das. Und die Ines. Und jetzt hab ich für euch Äxte, Pfeile, Pfeile hergestellt, zwei neue Bögen, und, und. Ich glaub, okay, noch Holz mal. Ja, mach dir das in fünf Sekunden weg. Oh, Marco, wir hätten doch auch Mainz spielen sollen. Weißt du warum? Da ist ganz, ganz viel Holz. Drei Küsten voller Holz. Ja, das ist ja innerhalb von fünf Minuten weg. Ja, das stimmt auch wieder. Ich glaub, das bringt auch kein. Ne, wir brauchen einfach mehr von den... Wie heißen die Dinger hier? Na, von den Palmen. Genau. Ich brauch zwei Planken. Da kann ich noch eine bauen. Hey, verlassen Sie alle Raum? Und hier sind wir, ist ja Schrott. Ah, hier, Holzkästler. Mit einer überhaupt was unten einnähen, ne? Klipper ist hier unten, was die Drinks drauf ist. Ja, hei, ja, nee, ist klar. Aber ich find das Huhn immer. Wo ich das finden? Wir brauchen auch einen Huhn, wir brauchen die Eier. In dem Fall rennt da oben irgendjemand dem Huhn hinterher. Ha? In dem Fall rennt da irgendjemand dem Huhn hinterher. Okay, ich hab wieder ein exklusives Ding. Also ich fände mir die Karte nicht, ey. Das kann ja jeder von den anderen gewesen sein. Oh. Also hier unten ist noch eine Menge los, ne? Ha. Achtung, hi. Ja, nur ein bisschen, ich bin weg. Bitte, bitte, bitte. Ich hab so noch gar nicht gebissen. Gut. Da hast du grad Köder gespielt oder so anscheinend. Ja, jetzt spiel ich Köder. So, Köder? Jetzt wollen wir erstmal sortieren. So. Jetzt krieg ich ja Hunger und ach, mehr. Ja, guck mal, ich komm da hin. Ja, ich will, also ich hab jetzt lange noch die Schnauze voll. Ich will lieber Garten spielen. Die anderen haben uns ja auch jetzt verlassen, war? Nee. Na doch. Na nee. Ich brauch schon den Bäder raus. Alle Bäder raus. Nein. Da, Weltbester, der ist doch noch hier. Okay. Hier, wo ist denn der Ozefraschel? Ich brauch dir jetzt hier was raus. Neues Rezept. Uh. Ach, das ist, das ist das mit dem Kopf zum Beispiel. Ein, zwei Köpfe von dem... Oh, ich hab's endlich gefunden. Ja. Ja, ich hab's endlich gefunden. Alter, ich bin grad zweimal um die ganze Linie gesagt. Ey, ich krieg mal gut. Wirklich? Ich weiß, die Abkürzungen hier. Achja. Oh, n Stück. Ja komm her, sprich die schon. Ja, easy alter. Huhn-errungenschaft. Ja, easy. Ah, jetzt bring ich dir ein hässliches Huhn. Geil! Wird doch Zeit! Voll die Augenränge! Wird auch Zeit! Schöner Mann! Kannst du gut hören, Mann! Ich freu mich, wenn er stirbt, ja? Ja, ich spring mal kurz weg! Sieht doch gut aus! Deine Rezepttafel hier! Ja gut, aber zwei Rezepte krieg ich da schon nicht mehr ran! Dann bau dir doch eine neue Kochstelle hier hin! Noch eine? Nee! Einfach nur, wenn sie da steht! Ist doch egal! Ja? Ja! Wenn irgendwann mal genug Öl von allen Armen, dann bau ich mir mal eine! Aber noch... Solange ich hier Mangel was Holz angeht, das ist nämlich nervig! Holz kann wieder abgefarmt werden! Sind hier alle fertig! Nein! Nein! Die brauchen noch ein bisschen! Die kriegen da oben rüber! Nein, tun sie nicht! Echt jetzt nicht? So, ich will Garten spielen! Ein hässliches Huhn! Das ist blau, ne? Das ist blau, ja! Ja, das hab ich auch! Ja, wie du das aber rätst! So, wo ist mein Fuß? So, wo ist mein Fuß? Vor dir! Wundervoll! Wundervoll! Oh, geil! Trau... 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 So, Leute! Ich hab noch nicht so was schönes gesehen! Ich hab noch nicht so was schönes gesehen! Ja, dann... Speichern wir! Äh, jetzt ist ja die Holzkiste weg! Na gut, ich hab wie so nur vier Holz... So, dann... ...bringe ich alle ins Bett! Falsches Zimmer! Ich wollte mal Deins angucken! Entschuldige, ach, ich hab auch so... Sandra und Marty... Hahaha... Ah, schön, ich genieße... Bitte nacht! Ach, so... Ach, geil! Ja, wo? Oh! Sandra, ich brauch die vier Holz, weil hier ist ein Loch drin! Ich bin auf. Ich bin raus. Das ist dein Ernst. Dann lauf. Ah, nee, das kann ja nicht. Mein Huhn doch nicht fliehen. Ja, naja, kann auch nicht wahr sein hier. So, jetzt lass mich bitte alleine. Mit deinem Huhn. So, wer ist das jetzt hier gerade? Hier, ab ins Bett. Ab ins Bett. Wann es noch wer hier? Nee. Mir fehlen aber auch noch ein paar tausend Erfolge. Danke. So. Ich schaff es nicht, 500 Sachen aus dem Wasser, 5000 Sachen aus dem Wasser zu angeln mit deinen Haken. Äh, speichern. Hinlegen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Christian? Ich hab 37 Erfolge geschafft von 47. Ich hab 25. Ich hab mehr als die Hälfte, das reicht. Jesus. Ich hab 6. Ich hab 36. In dieser Linie. Ich hab 40. Wenn 60 von 50. 90. Vielen Dank.